Das erste, was ich spüre, ist die Kälte. Im Metall, in der Luft, in meinen Knochen. Der ganze Stahl um mich herum strahlt sie förmlich aus. Die Gitterstäbe, die Decke, die Bodenplatte unter meiner nackten Haut. Ich fühle mich hundeelend. Dass darin eine gewisse Ironie liegt, entzieht sich mir in diesem Stadium noch. Schlotternd begleite ich meinen Geist bei seinem langsamen Auftauchen aus der Finsternis. Am Rand der Schmerze lauert nur noch mehr Kälte. Mehr Kälte und natürlich noch mehr Schmerzen. Allerdings bedeutet das auch, dass ich meinen Körper wieder bewusst wahrnehme. Obwohl es mir gerade lieber wäre, ich täte es nicht. Da ertönt in der Nähe ein Winseln, und endlich zwinge ich mich, die Augen zu öffnen. Durch die Gitterstäbe, die leicht verschwommen vor mir tanzen, sehe ich eine mittelgroße Promenadenmischung mit Schlappohren, halb Setter, halb Gosse. Wedel zögerlich mit dem Schwanz, kommt jedoch nicht näher. Ich verstärke meine Bemühungen, mich aus der Embryostellung zu befreien, und sofort beißen die Schmerzen wieder mit eiskalter Gnadenlosigkeit zu. Doch sie helfen mir auch, mich zu erinnern. Manche Dinge haben eben schon immer ihren Preis gehabt. Wissen, Erinnerung, Identität. Und er ist mein bester Freund, wie ich nun wieder weiß. Ich will seinen Namen sagen, doch alles, was bei dem Versuch rauskommt, ist ein raues Krächzen, das uns beide zu Tode erschreckt. Kein Wunder, dass der Hund bis zur geschlossenen Zimmertür zurückweicht und mich misstrauisch beobachtet. Es ist offensichtlich, dass er hin- und hergerissen ist, dass ich für ihn ein mindestens genauso großes Dilemma bin wie für mich selbst. Marlow. Ich klammere mich an den Namen und den Anblick meines verwirrten vierbeinigen Kumpels, und es hilft mir dabei, meinen Geist endgültig aus der gefrorenen Schmerze zu ziehen. Die Dunkelheit geht. Kälte und Schmerzen bleiben. Und die Erinnerungen werden mit jedem Herzschlag stärker, konkreter. Ich konzentriere mich ganz auf die Frage, wieso ich nackt in einem Stahlkäfig, in einem fensterlosen Raum liege. Wieso der Hund hier ist, Marlow. Es dauert ein bisschen und geht wieder nicht ohne das kalte Stechen in meinen Gliedern, aber dann fällt es mir ein. In den schlimmsten Nächten meines Lebens bewacht Marlow mein Gefängnis, bis ich am nächsten Morgen voller Schmerzen aufwache und das Puzzle einmal mehr zusammensetze. Die ganze Zeit dachte ich allerdings, dass die Schmerzen, die Teil des Puzzles sind, nicht mehr schlimmer werden könnten. Hätte es eigentlich besser wissen müssen. Plötzlich fühlt es sich an, als würde mir jemand in den Brustkorb greifen und alle Knochen samt Eingeweiden nach draußen zerren. Ich krümmel mich in dem kleinen kalten Käfig, stoße einen unmenschlichen Schmerzenslaut aus. Marlow bellt erschrocken. Na, mach schon, Kid, ertönt außerdem Dad Crows rauchige Stimme aus dem Off. Nicht, dass es mir was einbringt, mich ausgerechnet jetzt Halluzinationen an meinen Freund und Mentor hinzugeben. Dann ist es ebenso schnell vorbei, wie es angefangen hat. Die Schmerzen sind fort. Ebenso die Verwirrung. Nur Erschöpfung und Kälte bleiben. Und das Wissen. Jede quälende Erinnerung. Jede schmerzhafte Einzelheit. Jedes hässliche Detail. Mein Name ist Jackson Ellis. Das hier ist der Keller eines Mietshauses in Seattle. Und letzte Nacht war Vollmond. Warum ich in diesem Käfig sitze? Sagen wir's mal so. Bei Vollmond hab ich ein haariges Problem. Es hat an meinem zwölften Geburtstag angefangen. Tolle Party. Jedenfalls für eine Bande aufgekratzter Zwölfjähriger, die noch kein einziges Mal Flaschendrehen gespielt und noch keine Fluppe angerührt hat. Von Möpsen und Muschis ganz zu schweigen. Danke für die Party, Mom. Schade nur, dass du dir eine Kugel verpasst hast, bevor ich dir sagen konnte, wie cool das war. Oder dass ich dich lieb hab. Schätze, die Schlafsäcke im Wohnzimmer, in das der Vollmond reinscheinen konnte, waren eine blöde Idee. Das Mondlicht hat nicht gerade das Beste in mir hervorgebracht, wenn ihr versteht. Ich weiß noch, wie ich am Morgen danach aufgewacht bin und zum ersten Mal diese ganz besondere Mischung aus Kälte und Schmerzen gekostet habe. Den Geschmack von Blut in meinem Mund. Ich kotzte gerade Blut und Haare und Hautreste auf den zerfetzten, blutgetränkten Schlafsack meines besten Freundes Jamie, als Mom die Tür öffnete, hinter der sie sich verschanzt haben musste, als die Geräusche anfingen. Sie sah mich an. Nicht vorwurfsvoll. Nicht entsetzt. Nicht angewidert. Nicht ängstlich. Nur traurig. So wie ich mir das aus ihrem Abschiedsbrief zusammenreimte, hab ich den leicht vorgeschobenen Unterkiefer dem Genpool ihrer Familie zu verdanken, während die heftige Form von Mondsucht auf meinen Vater zurückgeht, den ich nie kennengelernt habe. Meine Mutter nannte ihn immer einen Fehler. Untertreibung des Jahrtausends, wenn er mich fragt. Manchmal überlege ich, wie es für sie gewesen sein muss, all die Jahre nach meiner Geburt. Die Ungewissheit. Das Warten auf die Stunde X. Das Bangen und Hoffen. Das Beten. Ich hab sie allerdings nie beten sehen. Nicht, dass sie jetzt was Falsches über sie denkt. Sie war eine großartige Mom. Hat mich nie was merken lassen und sich alle Mühe gegeben. Und es war nicht leicht für sie als alleinerziehende Mutter in der nördlichen Provinz, das dürfte mir glauben. Ich könnte jetzt natürlich sagen, verdammt, manchmal hat sie mich eigenartig von der Seite angesehen, wenn sie dachte, ich würd's nicht merken. Aber nicht mal das hat sie getan. Großartige Frau, wie gesagt. Meine Schande, dass sie mich in meiner dunkelsten Stunde, als ich nackt und blutverschmiert und verängstigt zwischen den angefressenen Leichen meiner Freunde stand, allein gelassen hat und den kleinkalibrigen Ausweg nahm. Sie hätte mich wenigstens mitnehmen können. Ich erinnere mich nur noch vage an die Wochen und Monate nach meiner ersten Vollmutnacht als Wolf. Wenn mal jemand auf die Idee kommt, einen Film aus meinem Leben zu machen, wird man diese Phase vermutlich als meine Hobo-Jahre bezeichnen. In meiner Erinnerung ist es eine endlose Ansammlung von Wochen, in denen ein ausgemergelter, fahler Teenager verloren über die weitverzweigten Gleise in der oberen Landeshälfte irrt, zerfressen von der Erinnerung an das, was er seiner Mutter und seinen Freunden angetan hat. Wahrscheinlich ganz gut, dass ich nicht mehr viel aus diesen Jahren weiß. Eines weiß ich aber noch ganz genau. Jeder Vollmond war die Hölle. Was nicht heißen soll, dass die Tage und Nächte dazwischen besser waren. Als Kind habe ich mich noch viel öfter spontan verwandelt, sobald ich Angst hatte oder mich bedroht fühlte, was unter den Hobos oft genug der Fall gewesen ist. Ein kleiner Junge ist freiwillig für viele der Arschlöcher, die ihre an die Wand gefahrenen Leben in den Güterwaggons und in finsteren Herzen der alten Rangierbahnhöfe fristen, für all die verkommenen Scheißkerle, die den netten Typen, die wirklich nur Pech gehabt haben, den Ruf versauen. Damals verwandelte ich mich ein- bis zweimal pro Woche, egal, was der Mond sprach. Weil man mir ein Springmesser an die Kehle setzte. Weil irgendein Spindeldürrer Irrer, voll auf Heroin, mich anbrüllte und mit einer zerbrochenen Flasche aufschlitzen wollte, um die Jungfrau Maria vor den Fliegen zu retten. Weil zwei Typen mich festhielten und meine Rufe mit schwieligen Händen und zerschlissenen Wollhandschuhen erstickten, während der dritte Kerl seine Hose runterließ. Viel zu oft hieß es damals, weiterziehen, schnell, unauffällig, wie ein Geist. Wahrscheinlich hätte man mich sofort geschnappt, hätte ich nicht unter den Hobos gewildert. Ein Chip oder Jack oder Joe, mehr oder weniger auf den alten Bahnhöfen und Gleisen, wen kümmert's schon? Selbst die Hobos nahmen es anfangs eher gelassen. Ein scheiß Bär! Diese verdammten Kojoten werden immer dreister. Es war bestimmt Marvins verfickter Pitbull, das hinterhältige Vieh. Dem Ungeheuer sollte man eine Kugel verpassen. Eine Kugel hätte man dem Ungeheuer wirklich verpassen sollen. Nicht dem Pitbull. Dem Ungeheuer in Gestalt eines Jungen, der neben seinem verschlissenen Rucksack eine Schuld mit sich herumschleppte, die so viel größer war und so viel schwerer wog als er selbst. Der sich mit Zähnen und Klauen durch die Reihen der Hobos pflügte und ihr Blut an so vielen Morgen in den Wald kotzte. Ich war mehr als ein Streuner. Ich war ein Serienkiller. Irgendwann war ich dann auch so etwas wie eine blutige Legende unter den Hobos, die zum Schluss genauso viel Angst vor dem Vollmond und vor Fremden hatten wie ich. Die lodernden Lagerfeuer und das lodernde Misstrauen konnten sie aber nicht retten, wenn der Wolf aus mir hervorbrach und sich aus der Finsternis auf sie stürzte. Warum ich damals nicht Schluss gemacht, der Sache ein sauberes Ende gesetzt habe? Weil der Mensch nun mal am Leben hängt? Egal, wie viel Tier er von Zeit zu Zeit rauslässt, wir klammern uns ans Leben, so beschissen es auch sein mag. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich stand etliche Male auf zugigen Eisenbahnbrücken oder über breiten, dunklen Highways. Gesprungen bin ich nie. Gefallen dafür immer tiefer. Verwandlung für Verwandlung. Mit siebzehn kam ich dann nach Seattle. Der Güterzug hielt an, wie er das immer irgendwann tat. Und ehe ich mich versah oder richtig wußte, warum und wieso, war ich diesmal eine der Gestalten, die absprangen und mit steifen Gliedern in die kalte Nacht davon huschten. War des Herumziehens müde geworden, schätze ich. Wollte nicht noch einen weiteren Winter unter den Hobos verbringen. Warum Seattle? Keine Ahnung. War so gut wie jede andere Stadt, um nach einem unauffälligen Platz in der urbanen Finsternis zu suchen. Irgendwo zwischen den anderen Sündern. Die Erinnerungen an meine ersten Monate in Seattle sind wesentlich präsenter als an meine Tage als Hobokiller. Hab etwas gebraucht, um mich zurechtzufinden. Hatte einigen Ärger. Lernte erst die falschen Leute kennen. Irgendwann fing ich an, als Türsteher zu arbeiten. Es half, dass ich schon mit achtzehn ein zäher Bursche war. Meistens genügte schon mein finsterer Blick, um an der Tür vor einem zweitklassigen Club echten Ärger zu vermeiden. Manche sagten, ich hätte den Blick eines Wolfes. Fixer. Die Ladies mochten den schweigsamen Jungen mit den Bartstoppeln und den dunklen Augen. Das Düstere darin. Wenn es mal Probleme gab, weil ich bei Vollmond nicht wie abgesprochen aufkreuzte, ging ich kurzerhand zum nächsten Laden. Gab schon damals genügend beschissene Ecks in alten Fabrikhallen oder Lagerhäusern, die einem ein paar Kröten dafür bezahlten, dass man die Idioten rausschmiss. Allemal besser als ein Leben auf den Gleisen. Ich fand außerdem schnell Gefallen an der geschäftsmäßigen Kameradschaft unter den Türstehern. Mag ich noch heute. Damals redete ich mir aber noch verzweifelter ein, irgendwie doch ein normaler Teil des Ganzen zu sein. Teil der Herde. Obwohl ich nach wie vor ein Wolf war, wie jede Vollmondnacht von Neuem bewies. Damals, noch vor Marlow und dem Käfig, als die Nächte noch ein wenig anders verliefen als heute. Ich ging immer in Gegenden mit miesem Ruf. Dort suchte ich mir schon früh am Nachmittag eine abgelegene Ecke und wartete unruhig auf den Vollmond und seine unausweichliche Wirkung. Ich erinnere mich zum Beispiel noch gut an ein klotziges, zum Abriß frei gegebenes Parkhaus, in dem ich im Herbstwind zitternd auf dem obersten Deck lag, den aufgehenden Mond am Himmel anstarrte und darauf wartete, dass es begann. Dass das Übel dieser Nacht seinen Lauf nahm. Dass es mir die Kontrolle entriss und der Riesenwolf auf allen Vieren lossprang, um sich Beute zu suchen. An meine verzweifelte Angst, den richtigen zu erwischen. In einer Gegend wie dieser eigentlich machbar. Schon witzig. Der Böse, der seine bösen Taten damit rechtfertigt, dass er sie nur anderen Bösen antut. Eine nette Idee. Und das nicht nur ein Dexter, das mich immer verächtlich grinsen lässt, wenn ich es sehe. Ein Jahr nach meiner Ankunft in Seattle hätten sie mich trotzdem fast erwischt. Nicht die Cops. Die Mafia, die hier oben noch heute so gut wie jedes Striplokal kontrolliert und diese Lokale als knallharte Bordelle betreibt. In einer meiner wilden Nächte schnappte sich der Wolf einen Typen, der auch im Sommer knietief durch Schnee wartete. Leider war er mehr als ein kleiner Koks-Dealer, der Neffe eines einflussreichen Bosses, dessen Schwester damit drohte, ihn auf ewig vom Thanksgiving-Tisch zu verbannen, wenn er den Mord an ihrem kleinen Liebling nicht rächte. Als ich spitzkriegte, dass die schweren Jungs nach dem Mörder suchten, bin ich erst mal stiften gegangen. Ich weiß, dass das beschämt irrational war und sie vom Wolf vermutlich nie auf mich gekommen wären. Trotzdem floh ich Hals über Kopf. Abhauen war ich schließlich gewohnt. War im Grunde alles, was ich konnte. Ich nahm das bisschen Cash, das ich hinter dem Lüftungsgitter in meiner Bruchbude versteckt hatte und setzte mich in den nächsten Flieger nach Vegas. Wieso ausgerechnet Vegas? Kann ich auch diesmal nicht beantworten. Vielleicht, weil mir der Name auf den Anzeigetafeln förmlich ins Gesicht sprang, als ich aus dem Taxi stürzte und in den Flughafen hetzte. Oder weil das, was in Vegas passiert, in Vegas bleibt. Und in Vegas geschah eine Menge. Dort traf ich schließlich Dad Crow, meinen Rothäutigen Obi-Wan, meinen verhurten Mr. Miyagi. Wie er wirklich hieß, hat er mir nie gesagt. Dabei war es ein Running Gag zwischen uns, dass ich ihn aus heiterem Himmel nach seinem richtigen Namen fragte. Dad Crows Antwort war immer dieselbe. Ein Indianer, der als Security-Chef in einem Laden wie dem Silver Bullet Casino arbeitet, braucht nun mal einen coolen Namen, pflegte er zu sagen, bevor er die nächste Runde Bier oder Whisky oder beides ausgab. Wir waren richtig dick miteinander. Mehr als Lehrer und Schüler. Viel mehr. Echte Freunde. Dabei hatten wir keinen guten Start gehabt. Denn Dad Crow, der an der Laderampe hinter dem Casino eine rauchte, erwischte mich zunächst dabei, wie ich in einem der rostigen Müllcontainer des Ladens rumwühlte, in dem der Indianer den Sheriff-Stern trug. Was? Vegas ist eben nicht nett zu Leuten ohne Kohle. Und bei Siegfried und Roy wollte ich nicht anheuern. Was suchst du da, Kid? fragte Dad Crow cool von der Rampe aus. Siehst nämlich nicht aus wie jemand, der im Müll anderer Leute wühlen sollte. Also, tust du eigentlich schon. Du siehst sogar wie dreimal gefickte Büffelscheiße aus. Aber dein Spirit, der sieht aus, als könne er zupacken. Wenn du verstehst, was ich meine. Er schnippte seine Zigarette gekonnt in hohem Bogen von sich fort. Interesse? Ich stand im Müllcontainer und hatte keine Ahnung, was da gerade geschah, geschweige denn, ob ich Interesse hatte. Meine Aufmerksamkeit hatte er allerdings, während ich in der feuchten, stinkenden Masse aus Küchenabfällen und Touristenhinterlassenschaften nach meiner Zukunft suchte. Er war aber auch ein echter Hingucker, dieser alte Indianer, der gar nicht so alt war, wie die Falten in seinem gegerbten Gesicht vermuten ließen. Eine Nase wie ein Adlerschnabel, die Arme über und über tätowiert, lange, grau gesträhnte Haare bis zum Knochenkamm in der Gesäßtasche seiner Lederhose. Trug immer ein dunkles Hemd und ein schwarzes Ledersakko. Und ohne seine Cowboy-Stiefel ging er nicht mal zum Pissen. Ich nahm die Hand an, die er mir reichte. Er nahm den Job an und alles, was er mir noch bot. Anleitung, Kameradschaft, Freundschaft. Man musste diesen Verrückten einfach lieben, der holländische und englische Touris wie Sandsäcke behandelte, wenn sie deutlich über die Stränge schlugen und ihre Hände nicht aus den Hülschen der Kellnerinnen nahmen. Der viel und laut lachte, der mich nach Dienstende jeden Morgen an der Bar unter den Tisch soff und immer die heißesten Tänzerinnen am Start hatte, die neu in der Stadt waren. Der noch weiter lachte und schäkerte und trank, wenn ich schon besinnungslos ins Bett fiel. Außerdem hatte er immer den besten Stoff. Ein Phänomen, der Mann. Aber keine Angst, das wird jetzt keine Story über indianische Schwitzhütten, Totems und halluzinogene Drogen. Gut, letzteres vielleicht, wenn man's drauf anlegt und die Sonnenaufgänge auf dem Dach des Casinos mitzählt, in deren Angesicht wir den Joint hin und her wandern ließen, ne Flasche Whisky zwischen uns, die den Morgen nicht überlebte. Doch darum geht's nicht. Es geht um das, was Dad Crowe mir beibrachte. Über mich und die Bestie in mir. Du kannst den Wolf in dir kontrollieren, Kid, sagte Dad Crowe eines Morgens zu mir, während die Putzkolonne hinter uns die Kotze und die Träume der vergangenen Nacht wegwischte und wir unser flüssiges Frühstück zu uns nahmen. War eine raue Nacht gewesen, mit mehr Spinnern als üblich, und einmal war ich kurz davor gewesen, die Kontrolle zu verlieren und dem Monster das Ruder zu überlassen. Ich fragte Dad Crowe nicht, woher er das mit dem Wolf wusste, und erst recht nicht, ob er jemanden davon erzählen würde. Ich hatte das Biest in Vegas nicht ein einziges Mal aus Versehen von der Leine gelassen, nicht mal, als wir den ganzen Ärger mit den Triaden durchstehen mussten. Verbrachte die Vollmondnächte allein in der Wüste, ging ansonsten in meinem Job auf, hatte zudem Dad Crowe in allen kritischen Situationen an meiner Seite, fühlte mich zum ersten Mal richtig wohl, im Gleichgewicht. Das Leben in Vegas war noch mehr Show und Fassade als die Clubszene in Seattle, und doch fühlte es sich echter an, bedeutsamer. Wie das in solchen Situationen ebenso ist. Du denkst, du bist der Nabel der Welt, der Nabel der Realität, selbst wenn die nur aus Glas und falschem Glanz besteht. Du musst dem Bastard nur zeigen, wer der Boss ist, dozierte Dad Crowe in This weiter, als wäre es das normalste Thema der Welt zwischen zwei Männern an einer Bar in einem fast leeren, übermüdeten Casino in Las Vegas. Du und der Wolf, ihr seid ein Rudel. Vergiss das nie, Kit. Zeig ihm, wer in eurem Rudel der Boss ist und dass du das Sagen hast, wenn nicht gerade Vollmond ist. Das musst du ihm zeigen, jeden Tag, sonst frisst er dich irgendwann ganz auf. Heute denke ich, dass dieses Gespräch die erste Gelegenheit war, bei der ich mich und den Wolf als zwei Wesen betrachtete, deren Dasein aneinander gekoppelt war und nicht an zwei Seiten meiner Persönlichkeit. Eher zwei Personen, die sich einen Körper teilten. Nach dem zweiten Bier fragte ich Dad Crow, wieso ich den Wolf bei Vollmond so oder so nicht kontrollieren könnte. Der Vollmond gibt dem Totem des Wolfes Kraft, Kit, antwortete Dad Crow ernst. Das ist sein Ding. Weiß bis heute nicht, ob er das ernst gemeint hat oder ob er mich mit seinem Indianermystizismus verschaukelte. Nach dem nächsten Bier fand ich den Mut für die Frage, ob Dad Crow andere wie mich kannte. Er beantwortete sie mir genauso wenig wie die Frage nach seinem richtigen Namen. Ich vermute aber, dass da noch jemand anderes war, der ein ähnliches Problem hatte wie ich. Hab schließlich die Narben auf Dad Crows Rücken gesehen, als ihm der Bodyguard eines neureichen Russen bei einer Rauferei an einem Blackjack-Tisch das Hemd zerrissen hat. Und die stammten nicht von der weiblichen Begleitung des Oligarchen, obwohl es genug Gelegenheiten dazu gegeben haben dürfte, wenn ich Dad Crows Grinsen richtig deutete. Und mal ehrlich, es gibt genug Indianer-Legenden, in denen irgendein Schamane oder Krieger die Haut wechselt, wie sie es meistens blumig ausdrücken, oder? Wie auch immer. An unserem nächsten feinen Tag fuhren wir in die Wüste, parkten mitten im Nichts. Keine Spur von Zivilisation, wohin man auch sah. Saßen schweigend auf Dad Crows alte Mustern, blickten in die Leere, beobachteten ein paar Falken, die im warmen Wind schwebten, und machten eine Flasche Johnny Walker klein. Komm, Kid, sagte Dad Crow schließlich, möchte was ausprobieren. Wir stellten uns in die Sonne, wie zwei Boxer vor dem Läuten der Ringglocke. Kam mir ziemlich lächerlich vor. Und dann gab mir Dad Crow ein paar saftige Maulschellen und fing plötzlich an, mir alle möglichen Beschimpfungen um die Ohren zu schleudern. Trieb mich echt zu Weißglut, ließ richtig übles Zeug über meine Mom vom Stapel und so. Geriet schnell aus dem Ruder. Ich brüllte ihn an, er brüllte zurück, ich schubste ihn, er schubste zurück, ich versuchte, ihm einen reinzuhauen, er wich elegant aus und trat mir in die Eier. Auch als ich vor ihm im Sand lag, trat er weiter zu. Immer und immer wieder mit den Spitzen seiner elenden Cowboy-Stiefel in den Bauch und die Rippen gegen die Hüfte und das Schlüsselbein und die Schulter. Der Wolf war schneller an der Oberfläche als in Rottweiler am Zaun, wenn der Briefträger kommt. Ich knurrte Dad Crow an. War nicht mehr viel Menschliches in diesem Knurren. Spürte schon das Fell, das sich auf meinen Armen und auf meiner Brust und in meinem Gesicht bildete. Die Knochen und Muskeln und Sehnen, die sich knirschend auf das vorbereiteten, was gleich kommen würde. Dad Crow rannte allerdings auch dann noch nicht zum Auto, als die Nähte meiner Klamotten platzten und der Stoff riss, als dunkles Fell daraus hervorbrach. Verrückte Rothart. Kämpf dagegen an, Kit, brüllte Dad Crow nur, schrie mich an wie einen räudigen Köter. Zeig ihm, wer der Boss ist, zeig ihm, oh, scheiße! Dad Crow schaffte es gerade noch so ins Auto, trat das Gaspedal durch und schaß mit schlingerndem Heck in einer roten Staubwolke davon. Der Wolf hetzte den Mustang auf allen Vieren über zwei Stunden durch die Wüste, ehe er langsamer wurde und Dad Crow das zottelige Mistvieh schließlich abhängen konnte. Er wartete ein paar Meilen weiter, bis ich nackt und mit wunden Füßen zu ihm aufgeschlossen hatte. Keiner von uns sprach ein Wort. Erst als wir die Einöde hinter uns ließen und durch die Stadt fuhren, die tagsüber merkwürdig verändert und blass aussah, sagte Dad Crow, »Du hast da echt einen crazy Wolf, Kit! Einen total verrückten Wolf!« Mit dieser Erkenntnis endete unser erster Feldversuch. Ehe wir uns das nächste Mal in die Wüste wagten, brachte Dad Crow mir ein paar Atemtechniken bei, übte jeden Tag eine Stunde mit mir, manchmal sogar zwei. »Alte indianische Techniken?« fragte ich beim ersten Mal, als wir im Lotus-Sitz auf seinem Bett saßen, die Augen geschlossen, den Geist jedoch weit geöffnet, wie mein weiser Mentor es formulierte. »Yoga!« antwortete Dad Crow nach dem nächsten Ausatmen. Ein anderes Mal fragte ich ihn, ob er womöglich denke, ich sei verdammt noch mal schwanger oder sowas in der Art. »Du bist viel zu hässlich, um geschwängert zu werden, Kitt. Und jetzt halt die Klappe und mach, was ich dir sage. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Langsamer, Kitt, du hechelst!« Schließlich befand er, ich sei bereit für einen weiteren Versuch. Also fuhren wir erneut in die Wüste. »Aber nicht wieder treten, okay«, bat ich, als wir uns erneut dem rotbraunen Sand gegenüberstanden. Dad Crow lächelte freundlich. »Okay, Kid«, sagte er vernünftig. »Und du passt auf, dass Crazy Wolf bleibt, wo er ist. Klar?« Ich nickte grimmig, und mein indianischer Freund hämmerte mir seine knochige Faust gegen das Kinn. Doch er sollte Recht behalten. Sicher, es war nicht leicht, und am Ende war mein Wille vermutlich entscheidender als die Scheiße mit dem Ein- und Ausatmen. Jedenfalls zeigte ich dem Wolf, wer der Boss war. Ich blieb trotz Dad Crows Schikanen ein Mensch. Ein wütender, gequälter, innerlich zerrissener Mensch mit blauen Flecken und schmerzenden Rippen. Aber ein Mensch. So hat mich Dad Crow gelehrt, wie ich den Wolf in mir abseits des Vollmonds kontrollieren kann. Wir wiederholten die Wüstentrips. Am Ende gelang es mir sogar, die Verwandlung bewusst herbeizuführen, danach weitgehend die Oberhand zu behalten und letztlich den Zeitpunkt der Rückverwandlung zu bestimmen. Dad Crow sagte es nicht, aber er war mächtig stolz. Mich übrigens auch. Vier Wochen später setzte sich der beste und einzige echte Freund, den ich je hatte, den goldenen Schuss. Ich trug ihn aus der Scheißhauskabine, in der ihn die indianische Putzfrau gefunden hatte, eine seiner Schwestern, anderer Stamm, aber gleiches Blut oder so. Sie heulte selbst wie ein Wolf. War zum Glück der Erste, der auf ihren Terz reagierte. Hab den alten Bastard in eine fleckige Tischdecke vom Putzwagen gewickelt und in die Tiefgarage getragen, so wie wir es immer mit den abgefüllten Starlets gemacht haben, damit die Paparazzi kein Foto bekamen. Legte ihn auf den Rücksitz seines Mustangs, setzte mich in den Wagen, auf dem noch der Staub unseres letzten Wüstentrips klebte und fuhr los. Hab den verrückten Indianer wie einen Häuptling mitten in der Wüste aufgebahrt, mit Whisky übergossen und angezündet. Er und die aufgehende Sonne brannten um die Wette. Ich wartete, bis der Wind anfing, seine Asche zu verwehen. Anschließend fuhr ich in Richtung Norden, um Seattle erneut meine Aufwartung zu machen. Auf die Idee mit dem Käfig kam ich nach meiner Rückkehr aus Vegas. Dad Crow hatte mir gezeigt, wie ich den Wolf in seine Schranken weisen und beherrschen kann, ließ ich die Bestie bei Vollmond hemmungslos wüten, schadete das allerdings unsere Beziehung. Außerdem hatte ich das Gefühl, Dad Crows Andenken zu verraten, wenn der Wolf an Boden gewähne. Nichts Schlimmeres als Kerle, die sentimental werden, hm? Auf alle Fälle ist der Käfig schon eine praktische Sache. Und, falls mal jemand fragen sollte, ist er für Marlow. Lieber Tierquäler als Tiermensch. Die Schalldämmung an den Wänden rechtfertige ich hingegen mit dem alten Schlagzeug, das ich billig von einem befreundeten Clubbesitzer gekriegt habe und das hier unten in eine Ecke unbeachtet einstaubt. Für die Riegel und Schlösser an der Innenseite der Tür habe ich unterdessen noch immer keine sinnige Ausrede. Allerdings interessiert sich mein Vermieter einen Scheiß für das, was sein vorbildlich zahlender Mieter mit dem kleinen Raum neben dem Heizungskeller macht. Wäre wohl anders, wüsste er, was hier bei Vollmond abgeht. Oder, dass ich mich gerade nackt in einem Käfig krümme und mit meinem Hund rede. Marlow. Langsam erkenne ich meine eigene Stimme wieder. Immer noch rau, immer noch kraftlos. Klingt aber schon eher nach mir. Marlow sieht das genauso und wedelt enthusiastischer denn je mit dem Schwanz. Komm her, Kumpel, ermutige ich ihn. Komm. Er zögert, tapst unruhig von einer Seite zur anderen. Er will zu mir, aber ganz traute dem Braten noch nicht. Kann ich gut verstehen. Ich nehme all meine Kraft zusammen. Marlow, sage ich fest, obwohl ich vor Kälte und den Nachwirkungen der letzten Nacht zittere. Dabei schiebe ich meine Hand bis zum Gelenk zwischen zwei Gitterstäben hindurch. Gelingt nur der menschlichen Version von mir keine Sorge, wofür haltet ihr mich? Komm her, Marlow. Marlow schießt wie ein Torpedo auf die Hand zu und leckt sie hektisch ab, während ich ihn zu kraulen versuche. Ja, so ist gut, brav, Marlow, guter Junge. Er schmiegt sich an die Gitterstäbe. Ich lehne mich kraftlos von der anderen Seite dagegen, fahre durch Marlows weiches, zottliges Fell. Ich gestehe, das Ganze ist mehr als eine bloße Therapie. Meine Finger tasten über seinen Kopf und seinen Hals, suchen das Lederhalsband. Es dauert ein bisschen, bis ich den Schlüssel vom Karabiner am Leder gelöst habe. Als ich ihn habe, balle ich die Faust darum und rolle mich wieder im Käfig zusammen. Meine Augen schließen sich wie von selbst. Die Kälte kriecht von neuem in mich rein. Jetzt mach schon, Kid, sagt Dead Crow genervt. Oder willst du den ganzen Tag auf dem Arsch liegen? Marlowe bellt mich an. Schon okay, Kumpel. Bin da. Alles okay. Ich zittere immer noch wie ein trockengelegter Alki und brauche mehrere Versuche, bis ich mich auf den Knien nach vorn schieben, den Schlüssel ins Schloss stecken und die mit Querstreben verstärkte Käfigtür aufsperren kann. Marlowe drängt sich an mich, sobald ich mich auf allen Vieren aus meinem Gefängnis schleppe. Warte kurz, Kumpel, brumme ich und bleibe erschöpft auf dem spröden Betonboden liegen. Besser als das arschkalte Metall. Marlowe leckt mir mit seiner warmen Zunge übers Gesicht. Guter alter Marlowe. Was er ertragen muss, nur weil ich jemanden brauche, auf den ich mich verlassen kann, der am nächsten Morgen zu mir kommt, mir alles vergibt und mir den Schlüssel überlässt, egal was in der Nacht passiert ist. Oh ja, das weiß ich. Ich weiß es nur zu gut. Einmal habe ich das Spektakel auf Video aufgenommen. Eigentlich wollte ich es immer vermeiden, verstehe auch nicht, dass ich manche in der Kiste filme. Doch der Mensch ist eben neugierig, selbst wenn er ein Wolf im Schafspelz ist. Ein einziges Mal habe ich deshalb einen Camcorder aufs Stativ montiert und vor festgestellt. Wollte sehen, wieso sich selbst die härtesten Kerle einnissen, wenn sie sehen, wie ich mich in ein zwei Meter Ungeheuer aus Muskeln, Reißzähnen, Klauen und Fell verwandle. Nun, was soll ich sagen? Das Band, auf dem man die Verwandlung genauso gut sehen kann wie Marlows Panik, habe ich sofort zerstört. Die Welt ist noch nicht reif für solche Special Effects. Armer Marlowe, er muss es trotzdem ertragen. Wenn es losgeht, verkriecht er sich hinter dem Schlagzeug, wo ein paar seiner Decken liegen. Dennoch muss er einiges mitmachen, wenn die Verwandlung beginnt und kurz darauf eine stinkwütende Bestie zu Rasen anfängt und sich knurrend gegen den Stahl stemmt. Zum Glück ist Marlowe clever. Kommt erst wieder hervor, wenn es vorbei ist. Wenn sch Es ist jeder Wirbel knackt. Marlowe weicht nicht von meiner Seite, was zur Folge hat, dass ich dauernd über ihn stolpere. Ich sag kein Wort. Hab nicht das Recht dazu. Schlüpfe nur in meine Shorts und die alten, ausgetretenen Badelatschen. Komm, Kumpel, Zeit nach Hause zu gehen. Ich sperre den Kellerraum ab und schleppe mich durch den dunklen, unverputzten Gang zum Fahrstuhl, Marlow nach wie vor als treuer Wingman an meiner Seite. Ich drücke den Knopf, stütze mich an der Backsteinwand ab und warte, bis es rumpelt und die Türen aufgleiten. Auch heute ist der Aufzug leer. Wen wundert's? Es ist erst kurz nach vier. Die Metalltüren schließen sich und ich versuche nicht, an den Käfig zu denken, während ich den Knopf für mein Stockwerk anvisiere und beim zweiten Mal auch tatsächlich erwische. Wir setzen uns in Bewegung. Allerdings nur kurz. Der Fahrstuhl hält mit einem Ruck und die Türen gleiten früher auf, als sie das sollten. Mr. und Mrs. Fosco mustern mich von oben bis unten, wobei Mrs. Fosco klar die Erkundung des Südpols als ihre Aufgabe betrachtet. Morgen, nuschle ich und trete zur Seite, um den beiden Platz zu machen. Marlow wedelt mit dem Schwanz, als das Rentnerpärchen eintritt und wir uns wieder nach oben bewegen. Das Schweigen ist ziemlich unbehaglich. Sie sind früh unterwegs, bemerkt Mrs. Fosco schließlich, und das macht es nicht wirklich besser. Dasselbe wollte ich gerade zu Ihnen sagen, erwidere ich und bemühe mich, so etwas wie ein Lächeln zustande zu kriegen. Wir kommen aus dem Krankenhaus, verrät mir Mrs. Fosco in vertraulichem Tonfall. Sie ignoriert das Schnauben ihres beleibten Gatten und ergänzt, Charles dachte mal wieder, dass er einen Herzinfarkt hat. Und? Nur Blähungen, ätzt Mrs. Fosco, wie immer. Ihr Mann murmelt düster vor sich hin. Mrs. Fosco ignoriert ihn weiterhin mit mehr als 35 Jahren Eherfahrung. Und sie? fragt sie mich dafür. Wäsche, sage ich, ohne zu zögern. Die Foscos wissen, womit ich mein Geld verdiene und was für Arbeitszeiten der Türsteherjob mit sich bringt. Und wieso machen sie ihre Wäsche nackt? fragt Mr. Fosco nun allerdings knurrig. Macht er nur, um von seinen Blähungen abzulenken. Und weil seine Frau auf meinen Schritt starrt. Er kann es sich leisten, Charles, sagt seine Frau, und ich muss gestehen, dass mir das im Grunde genauso missfällt wie ihrem Mann. Mr. Fosco durchbohrt mein Sixpack mit Blicken. Ich zucke mit den trainierten Schultern. So ein Spinner hat mir auf die Klamotten gekotzt, als ich ihn aus dem Club geworfen habe. Ich wollte nicht erst in meine Wohnung, also bin ich direkt in den Waschraum gegangen. Mr. Foscos Augen verengen sich zu schlitzen. Und der Hund? Der Aufzug hält. Die Türen gleiten auf. Ich begegne Mr. Foscos Blick. Ich hoffe, Sie kriegen das mit den Blähungen in den Griff, Charlie, sage ich und gehe zu meiner Wohnungstür. Die Blicke der Foscos brennen ein Loch in meinen Rücken. Und meinen Hintern. Dann steigen sie ebenfalls aus dem Aufzug und gehen zu ihrer Wohnung ein paar Türen weiter. Puh, geschafft. Wieso ich in einem Mietshaus lebe und all die Risiken in Kauf nehme, die das Zusammenleben mit zwei Dutzend Parteien für mich zweifellos birgt, und umgekehrt? Einfache Antwort, ausnahmsweise. Weil es mir hilft. Mehr als ein Einsiedler-Dasein das täte. Erstens habe ich nicht die Kohle, um mir ein abgelegenes Häuschen zu kaufen, und von Nächten im Freien habe ich nach all den Jahren ohne Zuhause für den Rest meines Lebens genug. Zweitens ist die Verantwortung gegenüber meinen trotz allem eher auf Anonymität und Oberflächlichkeit bedachten Mitmenschen ein Ansporn, mich am Riemen zu reißen, die Dinge nicht schleifen zu lassen, Dad Crows Rat zu befolgen und dem Wolf jeden Tag von Neuem zu zeigen, wer in unserem Rudel das Sagen hat. Marlow bellt mich an. Sagt mir, wer in meinem anderen Rudel das Sagen hat. Und dass es Zeit für sein Frühstück ist. Nachdem ich Marlow von seinem Vollmond-Halsband befreit und die Heizungen in der Wohnung aufgedreht habe, kriegt mein vierbeiniger Mitbewohner also als erstes sein Futter. Viel Fleisch, wenig Flocken. Hat er sich verdient. Während Marlow sich glücklich über den Inhalt seines Napfes hermacht, geistere ich wie ein Phantom durch die Zimmer und versuche, mich zu akklimatisieren. Nach einer Vollmondnacht habe ich stets das Gefühl, Wochenfort gewesen zu sein. Auf meiner Mailbox warten allerdings auch genügend Nachrichten, um diesen Eindruck zu erwecken. Sie sind alle von Abby. Ich höre sie mir nicht an. Diesmal war unser Streit besonders heftig. Das könnte es endgültig gewesen sein. Ich seufze. Der Vollmond macht mich nicht vernünftiger und ich bin es schon lange leid, immer denselben Song zu hören. Manchmal denke ich zurück und sehe nur Streitereien als denkwürdige Stationen unserer Beziehung, gestreckt mit ein bisschen Sex und gemeinsamen Spaziergängen mit Marlow. Cheryl hat dich gesehen, sagte Abby gestern vorwurfsvoll und verletzt. Sie sagt, du hast mit irgendeiner Club-Schlampe geflirtet. Das ist mein Job, habe ich ruhig erwidert. Richtig besonnen. Hat Abby nicht die Bohne interessiert? Dein Job ist es, irgendwelche Schlampen anzugraben, keifte Abby sofort. In solchen Momenten sehe ich nicht viel von der Frau, in die ich mich beim Junggesellinnenabschied ihrer Freundin Candice im Club verguckt habe. Ich bin Chef der Security, wie du dich vielleicht erinnerst. Gäste sind Kunden. Wenn ein Mädchen ein Problem hat, kümmere ich mich darum. Dass ich freundlich zu ihr bin, ist Teil des Jobs, mehr nicht. Ein Mädchen? Äffte Abby mich nach. Du Scheißkerl! Was? Weil ich mit anderen Frauen rede? Ja, ich bin schon ein echter Hurensohn. Hoffentlich wird sie nicht schwanger. Am Abend vor meiner Nacht im Käfig zu streiten, ist echt keine gute Idee. Er hätte rechtzeitig die Notbremse ziehen sollen. Schließlich war klar, wohin das führen würde. Der Krach war fast eine exakte Kopie des Streits vor ein paar Wochen, als ich Abby in einem Anflug entwaffnen dummer Ehrlichkeit erzählt habe, dass ich mal was mit Marcy hatte, die eben noch immer als Barkeeperin im Club arbeitet und die ich daher so gut wie jeden Abend sehe. Du Scheißkerl! zischt Abby auch diesmal wieder Hass erfüllt, und ich konnte geradewegs dabei zusehen, wie ihr persönlicher Wolf aus ihr herausbrach. Was folgte, waren Gebrüll und Gekreische und Geheule. Ich ging, bevor sie sich in der Küche zu den Steakmessern vorgearbeitet hatte oder die Nachbarn die Kops riefen, stand mit meinen düsteren Gedanken vor Abbys Wohnungstür und hörte ihr Schluchzen auf der anderen Seite. Fühlte mich wie der letzte Drecksack, obwohl ich ja nichts gemacht hatte. Scheiße! Ich seufze erneut. Das ist echt nicht gut gelaufen. Ich lasse mich aufs Sofa fallen, schalte Fernseher und Festplattenrekorder ein und schaue mir die aufgezeichnete Folge »The Glades« von gestern Abend an. Meine Gedanken kreisen jedoch nach wie vor mehr um den Streit mit Abby als um Jims neuesten Fall in der Serie. Am Ende gebe ich dem Drang nach und höre doch Abbys Nachrichten auf der Mailbox ab. Wenn ich gehofft habe, dass nach der dreizehnten Nachricht, die vornehmlich aus Schluchzern und Schimpfnamen besteht, der große Schwenk zum Happy End kommt, habe ich mich getäuscht. Auch die letzte Nachricht stellt kein versöhnliches Ende in Aussicht. Ich schalte TV und Handy aus und gehe bedrückt ins dunkle Schlafzimmer. Während draußen der nächste nasskalte Tag über Seattle hereinbricht und die feuchtglänzende Dämmerung die nasse Nacht verscheucht, lasse ich mich ins Bett fallen. Eine übliche Schlafenszeit. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir der Wolf etwas gestohlen hat. Keine Nacht, sondern etwas viel Wertvolleres. Ich verschlafe den ganzen Tag. Marlow ist schon total aufgekratzt, als ich aus dem Schlafzimmer komme, und so gehen wir als erstes nach unten und machen einen ausgedehnten Spaziergang. Tut uns beiden gut. Die Nähe zum Vollmond macht sich dadurch bemerkbar, dass meine ohnehin feinen Sinne noch reizbarer sind als sonst. Kriegt die volle Dröhnung ab. Abgase, Gullis, Fastfood, Pizzeria, Fischrestaurant, Chinese, Parfum, Deo, Schweiß. Die Liste der großstädtischen Unannehmlichkeiten für empfindliche Nasen ist lang. Das merke ich auch, als ich nach unserer Runde in den Keller gehe und mit einer Schaufel die Sauerei beseitige, die Marlow und der Wolf vergangenen Nacht angerichtet haben. Ist schon okay, Kumpel, sage ich zu Marlow, der mir einen verschämten Blick zuwirft. Ist meine Schuld. Ich lehre den stinkenden Inhalt des Eimers in einen Müllbeutel und stopfe ihnen einen der Container hinter dem Haus. Was? Dachtet ihr, dass ich euch die nicht ganz so glamourösen Seiten des Wehrwolf-Jet-Set-Lebens verschweige? Keine Chance. Was gut genug für mich ist, ist auch gut genug für euch. Gewöhnt euch dran. Heute hast du frei, Kumpel, sage ich zu Marlow, der auf dem Bett liegt und mir dabei zusieht, wie ich mich anziehe, nachdem ich frisch geduscht aus dem Bad gekommen bin. Draußen flimmern die Lichter eines regnerischen Abends. Die Space Needle deutet wieder mal auf Regenwolken. Ich habe den ganzen Tag geschlafen, fühle mich aber, als wäre ich seit einer Woche auf den Beinen. Nicht allein wegen der Nacht im Käfig, hauptsächlich wegen der Sache mit Abby. Treibt mich ganz schön um. Anrufen will ich sie trotzdem nicht. Ich weiß, dass ich sie ungeachtet der Endgültigkeit in ihren Nachrichten anrufen sollte, dass sie vermutlich genau darauf wartet. Aber ich tue es nicht. Weil ich wütend bin. Und weil ich mutlos bin. Denn insgeheim glaube ich sogar, dass der Bruch nicht mehr zu kitten ist, dass Abby schon mit mir abgeschlossen hat. Oder ich mit ihr. Das auf meiner Mailbox klingt jedenfalls schwer danach. Nicht nach Rosen und schon gar nicht nach Ringen. Nur nach Regen. Weshalb ich mein Handy mit Verachtung strafe und nicht mal in meine Jackentasche stecke, als ich mich bereit mache, trotz meines zweiten freien Abends in Folge, in den Club zu gehen, um den Kopf klar zu kriegen. Was mir an einer Bar besser gelingt, als hier allein zu Hause, wie ich mir gern einrede. Was willst du heute sehen? frage ich Marlow, während ich die Manschetten meines schwarzen Hemds zuknöpfe. Mein Spiegelbild fährt sich noch mal durchs Haar. Nach einer Vollmondnacht ist es kaum zu bändigen. Ein genauso hoffnungsloser Fall wie der Bartschatten, den ich ums Verrecken nicht von meinen Wangen geschabt kriege. Jedes Mal dasselbe. Wie der SpongeBob? Marlow antwortet mit einem Bellen. Er kennt das Spiel inzwischen. Hab den Verdacht, dass er nur mir zuliebe mitmacht. Sorry, Kumpel. Scooby-Doo läuft zurzeit nicht. Noch ein Bellen. Ja, ich weiß, ich versteh's auch nicht. Ich schalte den Fernseher ein, schraube die Lautstärke runter und werfe die Fernbedienung achtlos aufs Sofa. Marlow lässt sich auf der Couch nieder. Hast du's bequem? Marlow hechelt seine Zustimmung. Ach, du bist der Beste. Sei artig, Kumpel. Ich kraule Marlow zwischen den Ohren und schaue eine Weile dumpf auf den Fernseher, bevor ich mich losreiße und die Wohnung verlasse. Unten vor dem Haus treffe ich auf Bartholomeus, den Chihuahua von Mrs. Summers, der stinkreichen Witwe mit einem Fimmel für Pelze, die das Penthouse über unser aller Köpfe bewohnt. Sie hält bereits die Tür eines mit laufendem Motor wartenden Taxis auf. Komm, Bartholomeus, ruft sie streng, aber der neurotische kleine Kläffer denkt nicht dran, baut sich vor mir auf und bellt mich wie wild an. Ganz schön mutig für so ein kleines, zitterndes Ding mit Pelz gesäumtem Jäckchen, das in seinen schlimmsten Albträumen im Park von einem Eichhörnchen besprungen wird. Dem Wolf, der noch nah an der Oberfläche herumschleicht, schmeckt das aufsässige Verhalten des Zwergs gar nicht. Ein Knurren und der Köter rennt jaulend zu seinem Frauchen und springt mit einem Satz ins Taxi. Mrs. Summers wirft mir einen vernichtenden Blick zu, ehe sie in den Wagen steigt. Dessen Rückleuchten glühen wie Wolfsaugen. Ich verscheuche den Gedanken und gehe in die entgegengesetzte Richtung davon. Die Dunkelheit riecht nach noch mehr Regen. Marcy stellt ein Bier vor mir auf den Tresen. Ärger? fragt sie nur ein klein, wenig gehässig. Ich schaue sie nicht an und widme mich der Flasche. Wie kommst du darauf? frage ich nach dem ersten Schluck gelassen zurück. Marcy fährt sich durch die blonde Mähne. Naja, du kommst an deinem freien Abend her und du hast dein Streitgesicht aufgesetzt. Ich habe kein Streitgesicht, widerspreche ich, aber Marcy lacht nur und ich weiß, dass sie recht hat. Weiß genau, welchen Gesichtsausdruck sie meint. Ist echt mies, dass ausgerechnet eine Ex von mir Dienst am Tresen schiebt, wenn ich herkomme, um mich wegen meiner Freundin Schrägstrich Neu-Ex zu betrinken. Und dann auch noch ne verdammt scharfe Ex. Schwarze Hose, dunkelgrünes Spaghetti-Träger-Top, betont ihre Augen, und doch alles andere. Beim zweiten Bier grüble ich bereits höchst philosophisch darüber nach, wieso die Namen meiner letzten vier Flammen allesamt auf ein Y endeten. Nancy, Sandy, Marcy, Abby. Ich beginne, ein Muster zu erkennen. Noch zwei oder drei Bier und ich habe die Sache mit dem Weltfrieden ausgeknobelt. Marcy dagegen beginnt, mich zu nerven. Was hat deine Professorin denn gemacht? Dozentin, erwidere ich automatisch. Sie ist Dozentin, keine Professorin, noch nicht. Uh, Entschuldigung. Marcy grinst zufrieden vor sich hin. Dann fragt sie erstaunlich aufrichtig, ist sie den Ärger wert? Ich weiß es nicht, antworte ich genauso aufrichtig. Marcys Finger berühren flüchtig meine Hand neben der Bierflasche, ehe sie von einem Typen fortgerufen wird, der an die Bar tritt und eine Runde für sich und seine Kanzlei Kumpels am Billardtisch bestellen will. Ich betrachte Stirnrunzeln. Meine Hand. Was war das denn? Das mit Marcy und mir. Das war gut, solange es lief. Aber seither haben wir nur miteinander gesprochen, wenn es auf beruflicher Ebene irgendeinen Grund gab, aus dem das unumgänglich war. Das gerade eben fühlte sich eigenartig normal und vertraut an. Geradezu angenehm. Fast so, als hätte es das Fremdgehen, die Lügen und den ganzen Mist zwischen uns nicht gegeben. Ich denke gerade darüber nach, ob es so etwas wie eine unerschütterliche Chemie zwischen zwei Menschen gibt, als eine vertraute Stimme neben mir ertönt. Denk nicht mal dran, Kid! Warnt mich Dad Crow, der plötzlich neben mir auf dem Barhocker sitzt und meine Gedanken wie ein offenes Buch liest. Ich zucke mit den Schultern und nehme einen Schluck Bier. Woran? frage ich ihn unschuldig. Denk nicht mal dran, wiederholt Dad Crow nur storisch. Ich bin bei meiner fünften oder sechsten Flasche, als ich einen Duft in die Nase kriege, der mich von Marseys dezent parfümierten Dekolleté ablenkt, über das ich die letzte Dreiviertelstunde angestrengt nachgegrübelt habe. Der neue Duft gehört zu einer dunkelhaarigen Schönheit, deren Haut sich kaum vom Stoff ihres atemberaubend geschnittenen Cremefarbenen Kleids unterscheiden lässt. Trotz Marseys Avancen und meiner Empfänglichkeit für ihre kleinen Gesten und Nettigkeiten ist mir bis gerade nicht klar gewesen, dass ich schon ernsthaft auf der Suche nach einem Abenteuer bin, das mich über Abby hinweg teustet. Bis ich sie rieche und sich unsere Blicke im breiten Spiegel hinter der Bar begegnen. »Hi«, sagt sie, als sie auf den Hocker neben mir gleitet. »Hi«, sage ich, »und was trinkst du?« »Dasselbe wie du.« »Alles klar. Marci, noch ein Bier bitte.« »Danke.« »Ist mir ein Vergnügen.« Marci, die etwas zu gleichgültig dreinschaut, stellt ein zweites Bier auf den Tresen und die schöne Unbekannte neben mir trinkt es mit mehr Anmut, als dieser Schuppen hier jemals gesehen hat und vermutlich auch je wieder sehen wird. »Ich bin Sierra.« »Jackson.« »Wir widmen uns unseren Bieren.« »Siehst du meine Freundinnen da hinten?« sagt Sierra nach ein paar Augenblicken, in denen ich schweigend ihren Duft inhaliert und ihre Wärme neben mir genossen habe. »Ja«, sage ich, obwohl ich nicht weiß, welches der Grüppchen im hinteren Teil des Clubs sie meint. »Sie haben darauf gewettet, dass ich dich nicht rumkriege,« eröffnet sie mir. »Keine Chance,« sagen sie. »Schlampen, was?« »Ich betrachte meine Bierflasche.« »Die wievielte war das jetzt genau?« »Und passiert das gerade wirklich?« »Es ist aber nicht sehr ladylike,« sage ich lässig, »trotz des Knotens in meiner Zunge,« »trotz des Zuckens in meiner Hose.« »Sie zuckt mit den Schultern, und ich liege ihr zu Füßen.« »Denkst du, es würde genügen, dich zu mir einzuladen?« Ich wiege die Flasche nachdenklich hin und her. »Du meinst auf'n Kaffee oder so was?« »Oder so was,« versetzt sie lächelnd. »Es ist kein scheues Lächeln, kein Abby-Lächeln, sogar mehr als ein Marcy-Lächeln. Heilige Scheiße!« »Cool«, erwidre ich. »Hm. Könnte schon sein.« »Und?« »Hakt Sierra nach und legt mir eine Hand aufs Knie.« »Ich schlucke.« »Und was?« »Und kommst du mit?« »Ich drehe mich zur Seite und sehe sie an, bewundere ihr Profil, ihre Kurven, sauge ihren Duft tief ein.« »Ja«, sage ich dann. »Schön. Auf geht's. Ich hab eine Wette zu gewinnen.« »Moment noch. Bin gleich wieder da.« »Ich weiß, dass es ein Stimmungskiller ist, aber mit einer vollen Blase ist nicht zu spaßen, wenn man einen Aufriss im Sinn und eine Frau wie Sierra vor Augen hat.« »Ich brauche nicht lange.« »Auf meinem Rückweg von den Toiletten passt mich allerdings Rick ab, der heute die Aufsicht an der Tür hat.« »Ich weiß, du hast einen freien Tag, Boss. Sorry, aber kannst du kurz mit rauskommen.« »Da ist ein Typ«, sagt er, »es ein Kumpel von dir und macht einen auf dicke Hose.« »Heute sind eh alle mies drauf. Liegt bestimmt am Vollmond.« »Woran sonst?« »Ich blicke zur Bar. Die tanzenden Leiber versperren mir die Sicht. Kurz blitzt etwas Cremefarbenes auf.« »Ansonsten sehe ich nur Marcy hinter der Bar.« »Ich seufze und folge Ricks farbenfroh tätowiertem Ex-Gang-Mitgliednacken zum Eingang.« »Als ich fast zwanzig Minuten später, nach viel zu viel Stress genervt an die Bar zurückkehre, ist Sierra fort.« »Kann sie nicht verübeln. Hat sich bestimmt in Luft aufgelöst. Wie eine Engelserscheinung.« »Wo ist sie hin?«, frage ich Marcy, die bloß mit den nackten Schultern zuckt. Erleichtert, dass sie nun wieder eine der unangefochtenen Hingucker im Club ist und ihr übliches Trinkgeld einstreichen kann. Und, dass ich nicht gekriegt habe, was ich will. »Du fragst die falsche Person, Kid«, sagt Dad Crow, der an der Bar sitzt und einen Tequila runterstürzt. »Habe ich dir denn gar nichts beigebracht?« »Man fragt keine Ex nach einer Lady, auf die man so offensichtlich scharf ist wie du gerade.« »Scheiße«, knurre ich, zwänge mich mit angehaltenem Atem durch die transpirierenden Leiber auf der Tanzfläche und eile in Richtung des Hinterausgangs, der an eine schmale Gasse führt. »Dad Crow mag mir beigebracht haben, den Wolf abseits des Vollmonds auch nach einer Verwandlung an der Kandare zu halten. Ganz ungefährlich ist das trotzdem nicht. Erst recht nicht nach der letzten Nacht. Aber Sierras Duft geht mir einfach nicht aus dem Sinn. Zum Glück ist ihr Duft alles, was der Wolf braucht, um sie zu finden. »Also überlasse ich ihm das Ruder. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Meine Klamotten kümmern mich nicht. Ich will nur Sierras.« Der Wolf ist ziemlich überrascht, als ich mich freiwillig in die Finsternis zurückziehe. Und doch ergreift er die Chance, ohne zu zögern. Auf vier kräftigen Läufen trabt er durch die Dunkelheit, die schwer nach Regen riecht. Er genießt den feuchten Asphalt und die Erde und das Gras und die Steine unter seinen breiten Pfoten. Er rennt schnell durch die Nacht, die voller Geräusche ist. In den Schatten, abseits des falschen Glanzes und des verräterischen grellen Leuchtens, durch die er sich seinen Weg sucht, beschreckt er einen Obdachlosen, der sich in die Hosen macht, jedoch schon vorher nach Urin gestunken hat. Kurz darauf huscht er am parkenden Streifenwagen zweier übermüdeter Cops vorbei, die lustlos auf ihren durchgeweichten Sandwiches herumkauen, wenig begeistert einem Funkspruch über ein paar randalierende Kids im Zentrum lauschen und sich plötzlich gar nicht mehr sicher fühlen in ihrem Wagen, trotz ihrer Waffen und ihrer Dienstmarken. Ähnlich ergeht es dem Taxifahrer, der an den Knackarsch der Tochter seines Bruders denkt, sich im Schritt kratzt und einen Schluck aus der Flasche in seiner Hand trinkt, die er sogleich jedoch vor Schreck fallen lässt, als ein massiger Schatten mit glühenden Augen über seine Motorhaube hinweg setzt. Von all diesen peripheren Begegnungen unbeeindruckt hetzt er weiter durch die Nacht. Unermüdlich folgt er der Spur des süßen, köstlichen Dufts, der sein ganzes Denken beherrscht. Über ihm verschieben sich die Regenwolken und geben den Blick frei auf den leuchtenden Mond, der voller aussieht, als er tatsächlich ist. Er fragt sich, ob seine Chance gekommen sein mag, und... Mit einiger Mühe zwinge ich den Wolf in die Schwärze zurück. Gefällt dem Mist wie ich gar nicht. Fühlt sich an, als würde es nach meinem Geist schnappen. Ich knurre Wölfischer, als mir lieb ist, und winde mich gepeinigt hin und her. Es ist nicht so schlimm wie im Käfig, aber schlimm genug. Außerdem ist Marlo nicht da. Bin wie ein Schiff im Sturm ohne Leuchtturm. Nackt und zuckend liege ich ein paar Sekunden auf dem nassen Asphalt einer weiteren namenlosen Gasse zwischen zwei Gebäuden, warte darauf, dass die Schmerzen und das Brennen nachlassen, während mir die spitzen kleinen Steine in den empfindlichen Rücken und dem blanken Arsch stechen. Kann nur hoffen, dass der Regen vorhin den größten Teil des Seifs fortgespült hat. Ich stöhne leise und versuche, mich aufzurichten. Oh! Scheiße! Zweimal in zwei Nächten. Das ist einmal zu viel. Ich muss völlig bekloppt sein. Dann denke ich an Sierra. Ihren Duft. Und schon stehe ich. In jederlei Hinsicht. Schwer atmend lehne ich mich gegen die nächste Hauswand und sperre mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Nacht, erkenne noch immer jeden verdammten abgerissenen Dosenring, der feucht im Mondlicht schimmert und jeden zerquetschten Zigarettenstumme. Der Wolf ist näher denn je. Wundert mich nicht. Hat Blut geleckt, das elende Biest. Vermutlich hoffte, abermals von der Leine gelassen zu werden und dass ich ihn nicht noch mal so leicht zurückdrängen kann. Da hoffte allerdings vergebens. Ich spucke zur Seite aus. Mein Mund fühlt sich wund an und schmeckt bitter. Ich brauche dringend was zu trinken. Und Klamotten. Und Sierra. Ich schnuppere, blicke nach oben die Reihe der Fenster entlang. Im zweiten Stock brennt Licht. Die Verlockung ohne Umweg, nackt zu ihr zu gehen, ist groß. Die Angst für einen Perversen gehalten zu werden, Ärger zu kriegen und nicht zu ihr zu können, noch größer. Im Westen nichts Neues. Diese Ambivalenz von Instinkt und Vernunft begleitet mich schon mein ganzes Leben. Gehört zum Tanz, den der Wolf und ich tanzen. Jeden Tag. Jede Nacht. Ich vergewissere mich, dass niemand in der Nähe ist, trete aus der Gasse und knacke das nächste parkende Auto, auf dessen Rückbank eine Sporttasche liegt. Macht mich nicht unbedingt stolz, doch das hilft mir jetzt auch nicht. Ich ziehe mich wieder in die Gasse zurück. Die leichte Trainingshose passt halbwegs, das Shirt spannt an den Schultern. Der Stoff fühlt sich unangenehm an auf meiner Haut. Die Berührung schmerzt fast. Spüre jedes Herrchen auf meinem Arm und meinem Rücken. Der intensive Geruch nach fremdem Schweiß ist ein Graus. Ich hoffe, dass ich es nicht lange anbehalten muss. Dass Sarah es mir bald vom Leib reißt. Dieser Gedanke lässt mich grenzen. Als ich mich dem Hauseingang zuwende, steht plötzlich Dead Crow vor mir und mein dämliches Grinsen erlischt. Willst du das wirklich tun, Kit? fragt er mich. Ich starre ihn finster an. Was ist mit Abby? bot er weiter. Mit einem Grollen schreite ich rücksichtslos durch ihn hindurch, und er verschwindet im Nieselregen. Sorry, alter Freund. Aber ich brauch gerade keinen Moralprediger. Und ich will auch gerade nicht an Abby oder sonst wen denken. Nur an Sierra. Ich folge ihrem Duft durchs Treppenhaus der Pension, lasse mich von meiner Nase leiten und klopfe an die letzte Tür am Ende des Ganges mit dem abgenutzten Boden und den verblassenden Zimmernummern. Sierra fragt, wer da ist. Mein Herz macht einen Satz, als ich ihre Stimme höre. Wie sich ihr Körper jenseits des Holzes bewegt. Mein Verlangen lässt mich leise knurren. Ich bin's, sage ich mit rauer Stimme. Jackson. Die Tür öffnet sich einen Spalt. Sie wird von einer Kette gesichert. Kurz frage ich mich, ob das ein Sinnbild ist. Für den Wolf, der an seiner Kette zerrt. Sierra nimmt die Kette allerdings zurück, kaum dass sie sieht, wer da mit wirrem Haar vor ihr steht. Sie mustert mich von oben bis unten. Sagt keinen Ton zu meinem Aufzug. Nur, bist von der hartnäckigen Sorte, was? Ich kämpfe gegen ein schwachsinniges Grinsen. Kann sein. Sie nickt anerkennend. Lächelt. Packt das zu enge Shirt und zieht mich an sich heran. Drückt mir einen Kuss auf die Lippen, der meine Sinne schier explodieren lässt, und zerrt mich mit sich in die Wohnung. Ich küsse die duftende Stelle zwischen ihren Schultern. Nicht zum ersten Mal denke ich mir, dass ihre Haut noch besser schmeckt als ihre Lippen. Und ich muss es wissen. Schließlich habe ich beides in den letzten Stunden zur Genüge gekostet. Willst du zuerst unter die Dusche? Frage ich. Sierra kuschelt sich katzenhaft in die Decke. Ein Lächeln zuckt um meine Lippen. Es erlischt sofort, als mir ein Gedanke kommt. Meine Hand erstarrt auf halbem Weg Sierras Rücken hinab. Eigentlich war ich raus aus diesen Nummern. Diesen flüchtigen Nummern ohne Sinn und Verstand. Abby und vor ihr auch schon Marcy hatten genügt, um mich menschlich zu fühlen. Um die Finsternis ein bisschen heller zu machen. Scheiße! Geh nur, murmelt Sierra in der Zwischenzeit schläfrig. Ich schwinge mich aus dem Bett, lasse den süßlichen Geruch im Schlafzimmer hinter mir und gehe ins Bad mit der niedrigen Decke, in der es nach nassen Handtüchern riecht. Kontrastprogramm. Innen wie außen. Das heiße Wasser prasselt auf mich ein. Ich drücke meine Stirn gegen die Duschkabine. Ich hab's vermasselt, Kumpel, sage ich, obwohl ich weiß, dass Dad Crow in meinem mietshausmäßigen Unterbewusstsein als einziger zumindest so viel Anstand hat, mich unter der Dusche nicht mit seiner Präsenz zu behelligen. Ich steige aus der Kabine und bin froh, dass der heiße Dunst verhindert, mein Spiegelbild zu sehen. Siehe bestimmt aus wie ein Hund, der einen riesigen Haufen auf den Teppich gemacht hat. Ich greife nach dem Badetuch, das neben der Dusche an einem ausgeleierten Handtuchhalter hängt, da höre ich Sarahs Schrei. Als ich in einer Wolke aus Dampf und Feuchtigkeit aus dem Bad schledere, steht Sarah einfach nur vor mir, nackt und perfekt wie eine Göttin. Sie lächelt. Es ist nicht dasselbe Lächeln wie vorhin. In der Hand hält sie ein klobiges, schwarzes Ding, erkenne es nicht sofort als Elektroschocker. Verwirrt suche ich Sarahs Blick. Sitz, süßer, schnurrt sie, und etwas Kaltes blitzt kurz in ihren Augen auf. Ich nehme es kaum wahr. Habe nur Augen für ihr raubtierhaftes Lächeln. Und für das blaue Aufflammen um die Metalldorte, deren Enden Sarah mir entschlossen an die feuchte Brust setzt. Mein Herz macht einen Satz, und ich kippe um, schlage hart auf dem Linoleum auf und beginne unkontrolliert zu zucken. Denke an Abby und Marlow, sogar kurz an Marcy. Sehe Dead Crow über mir aufragen und den Kopf schütteln. Der Wolf in mir zerrt wild an seinen Fesseln. Ausnahmsweise wird diesmal auch er von der Finsternis verschlungen. Blöd nur, dass ich nicht die Muße habe, mich darüber zu freuen. Das Erste, was ich spüre, sind die schweren Fesseln. Die Kälte des Stahls schneidet mir in die Handgelenke. Die Ketten, die von den Fesseln zur Stahlwand hinter mir führen und mir nicht gerade viel Bewegungsfreiheit lassen, rasseln leise, wann immer ich mich rühre. Außerdem bin ich so nackt wie in dem Moment, als Sierras Elektroschocker mir die Sicherung rausgehorn hat. Die Dunkelheit um mich herum verrät mir nicht, wo ich bin. Es riecht stark nach Desinfektionsmittel, was meinen Geruchssinn ordentlich irritiert. Da fällt mir zum ersten Mal auf, dass der Wolf schweigt. Genau genommen rumort das Biest kein bisschen. Er scheint weiter fort als sonst. So weit fort, dass ich ihn nicht erreiche, um ihn die Haltbarkeit der Fessel und der Ketten testen zu lassen. Ich stutze, lausche in mich hinein. Kein Wolf. Knurrt nicht mal verschlafen, das blöde Vieh. Die Abwesenheit der Bestie macht mir weit mehr Sorgen als die Fesseln und die Ketten. Macht mir sogar eine scheiß Angst, ehrlich gesagt. Seit meiner Zeit unter den Hobos habe ich mich in gewisser Weise zumindest stets darauf verlassen können, dass der Wolf mir den Arsch rettet, wenn es hart auf hart kommt. Wir mögen einander nicht. Doch wir haben immer aufeinander aufgepasst. Bis heute. Was ist hier los, Verflucht? Ich weiß nicht, wie lange ich brütend in der Dunkelheit sitze und vergebens nach dem Wolf suche, von dem ich mir an so vielen Tagen gewünscht habe, dass er nicht da wäre, und den ich nun da, so weit ist, schmerzlich vermisse. Plötzlich geht mir gegenüber eine Tür auf. Ich blinzle gegen das gleißende Kunstlicht, das in meine Zelle dringt und von den Stahlwänden reflektiert wird. Schließlich gewöhnen sich meine Augen an die Helligkeit, und ich erkenne einen schlanken, kurvenreichen Schattenriss im beleuchteten Rechteck. »Sarah«, sage ich rau. »Allo, Jackson«, sagt sie und tritt in den Raum. Ihre gesamte Haltung wirkt verändert. »Das hier ist Ihr Revier«, wird mir klar, »und ich bin Ihr Gefangener.« Die Ketten rasseln leise, als ich meine Position verändere und den Hinterkopf an die kühle Metallwand lehne. »Fesselspielchen«, frage ich und ringe mir ein verächtliches Grinsen ab. »Wirklich.« »Ach, weißt du, das gute Zeug kommt nie aus der Mode«, meint Sarah und knipst mit Hilfe eines Schalters neben der Tür die Neonröhren an der Decke meines Gefängnisses an. Ich schließe die Augen, verziehe das Gesicht, warte darauf, dass das Stechen nachlässt. Anschließend mustere ich als erstes Sierras neuen Aufzug. Sie trägt ein schwarzes Top und enge dunkle Jeans. Die Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie hat eine Strähne vergessen, die ihr seitlich am Gesicht vorbeifällt. Könnte natürlich Absicht sein. Sieht gut aus. Ansonsten gibt's trotz der Beleuchtung nicht viel zu sehen. Auch die übrigen Wände, die Decke und der Boden sind aus Metall. »Was wird das hier?« Frage ich so cool wie möglich, obwohl sich mir vor Angst die Eier zusammenziehen. Na ehrlich, was ist sie? Eine Serienkillerin? Und wenn, wäre das hier dann Schicksal oder Ironie? Sarah antwortet nicht auf meine Frage. Stattdessen sagt sie, »Wie geht's unserem Wölfchen?« Das sitzt. Ich schweige perplex. Sarah lächelt zufrieden. Sie kommt näher, geht vor mir in die Hocke und streichelt mir zärtlich über die stopplige Wange. Ich starre sie sprachlos an. Sie weiß über den Wolf Bescheid. Mehr noch, sie hat keine Angst vor mir. Was nur eines bedeuten kann. Sie weiß, dass er mir nicht zur Hilfe kommen wird, weil sie es war, die ihn irgendwie ruhiggestellt hat. Sarah sieht mir amüsiert dabei zu, wie ich hektisch meine Arme absuche. Die Ketten begleiten meine Bemühungen mit ihrem Gerasse. Ich beachte es kaum. Da. Einstichlöcher. Verdammt. Mein Kopf ruckt wieder in Sarahs Richtung. Sie tätschelt ein letztes Mal meine Wange, steht auf und wendet mir ihre ansehnliche Kehrseite zu. Ich muss pissen, sage ich zu ihrem hübschen Hintern, ehe sie die Tür ganz erreicht hat. Leider bringt sie das nicht aus dem Konzept. Sie geht nach draußen und kommt mit einem Eimer zurück, stellt ihn vor mir auf den Metallboden. Ich starre den gelben Plastikeimer an. Erst will ich sie fragen, ob das ihr Ernst ist, dann fällt mir etwas Besseres ein. Hey, schnarre ich, und sie dreht sich tatsächlich noch mal halb zu mir um. Punkt für mich. Hältst du ihn für mich? Der alten Zeitenwillen. Kriegt natürlich keine Antwort. Nicht mal ein eisiges Lächeln. Sie schwebt bloß aus dem Raum. Bevor Sarah geht, macht sie aber noch das Licht aus. Punkt für sie. Ich schmore in der Düsternis zwischen Plastikeimer und Stahlwand vor mich hin. Was soll's, murmle ich irgendwann und versuche, trotz der Ketten die beste Position zu finden. Die Tür geht auf, und ich trete beherzt gegen den Eimer. Er macht einen schlingernden Satz nach vorn. Auf halbem Weg fällt er um, und ein Schwall Pisse begrüßt den Besucher. Leider ist es nicht Sarah. Die Glatze und die Statur eines Stanley Cup-Gewinners sprechen eindeutig dagegen. Der barhäuptige Kleiderschrank, der das Licht angeschaltet hat, betrachtet regungslos die Bescherung, in der er steht. Verzieht keine Miene. Lässt auch nicht die Fingerknöchel knacken oder so. Er schreitet nur gemächlich durch die gelbe Lache genau auf mich zu, das Gesicht noch immer wie aus Stein. War keine Absicht, Mann, sage ich und grinse ihn blöd an. Er ragt stumm über mir auf und verpasst mir mit einer seiner riesigen Pranken einen Hieb, der sich gewaschen hat. Es folgen vier oder fünf dieser Hammerschläge, bis ich und die Ketten klirrend auf dem Metallboden zusammensinken. Blut tropft von meiner Lippe und rinnt über mein Kinn. Der Wolf rührt sich kurz, aber die Drogen sind nach wie vor mächtiger als die Bestie, wie's aussieht. Wundert mich, dass ich keinen Zahn ausspucke. Bin trotzdem ganz schön mitgenommen. Krieg nur aus weiter Ferne mit, wie starke Finger grob mein Handgelenk packen, wie mir eine Nadel in den Arm gerammt wird. Meine Venen scheinen zu platzen, mir wird schwindelig. Der Riese verschwindet wieder, nimmt das Licht mit. Blut läuft über mein Kinn. Mein Blick verschwimmt. Die Dunkelheit beginnt sich zu drehen. Dein Eimer ist fort, Kid, bemerkt Dad Crow wenig hilfreich. Ich will ihm antworten, bin jedoch schon zu weit weg. Keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist, seit mich der kahle Riese ins Land der Träume geschickt hat. Und vor allem, keine Ahnung, wo ich diesmal bin. Anscheinend hat man mich woanders hingebracht. Der Raum hier ist wesentlich größer, dem Luftzug nachzuurteilen. Ich hänge wieder an Ketten, die irgendwo an der Decke befestigt zu sein scheinen und mir nicht viel Spiel lassen, stramm wie Stahlseile. Nur die Fesseln an den Handgelenken sind etwas lockerer. Meine gestreckten Arme und Beine schmerzen, genauso mein Rücken. Kann mit den Fußspitzen gerade so den Boden berühren. Flankiert werde ich von zwei dicken Steinsäulen, hab gerade jedoch keinen großen Sinn für Architektur. Mein Kopf dröhnt, mir ist noch immer schwindelig. Das Spotlight, das auf mich herabfällt, ist grell und stört mehr, als dass es hilft. Überrascht stelle ich immerhin fest, dass der Wolf wieder da ist. Noch ziemlich weit weg. Doch er nähert sich mit Riesensätzen. Und er ist so wild, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich überlege fieberhaft, was das bedeutet, dieser plötzliche Kurswechsel. Er ist fast gar nicht mehr da, nun wilder und stärker denn je. Scheiße, was haben Sie mir diesmal gespritzt? Und noch wichtiger, was wollen Sie damit bezwecken? Da fängt das Biest in meinem Kopf laut zu brüllen an. Ich brülle ebenfalls. Werfe mich trotz der Ketten verzweifelt hin und her. Ich will gegen den Wolf ankämpfen, nur um demjenigen, der mir das hier antut, nicht zu geben, was er will. Allerdings ist mir klar, dass ich den Kampf verlieren werde. Das sehen auch meine Peiniger so, denn mit einem Ruck werde ich an den Ketten ein Stückchen nach oben gezogen. Ich fange an zu stampeln, brülle wie am Spieß. Und wer auch immer so dämlich ist und den Wolf will, er kriegt ihn. Augen, die auch in finsterer Nacht alles sehen, durchdringen, suchen das Dunkel. Er sieht die Menschen, die sich in einem Halbkreis um ihn aufgestellt haben, wie ein Rudel, das auf eine Lichtung gleitet. Sein Drang, sie zu zerfleischen, ist überwältigend. Nur kommt er nicht gegen die Fesseln und Ketten an, auch wenn er sich noch so sehr anstrengt. Er knurrt frustriert und schnappt vergebens nach der schlanken Gestalt, die sich ihm in ihrer weiten Robe graziös nähert. Er weiß sofort, dass sie es ist, riecht es, spürt es, weiß es. Er schnappt erneut nach ihr, doch die Ketten halten ihn noch immer und seine Kiefer krachen laut, aber wirkungslos aufeinander. Ihr Gesicht ist unter einer Kapuze und hinter einer flachen Metallmaske verborgen, die einem stilisierten Wolfskopf nachempfunden ist. Damit täuscht sie ihn nicht. Er kann ihre Gier riechen, als sie die Peitsche in ihrer behandschuhten Rechten hebt und ihm damit einen ersten spielerischen Hieb auf die Brust verpasst. Das Spiel ist schnell blutiger Ernst. Die anderen Männer und Frauen in ihren Roben und Masken kommen mit jedem Schlag näher, verfolgen gebannt das Schauspiel im Lichtkegel zwischen den Säulen ihres Tempels, die zugleich die Säulen ihres Glaubens sind. Die Peitsche fährt immer und immer und immer wieder, knallend herab und hinterlässt brennende Stremen. Er riecht sein eigenes Blut sowie den Schweiß unter Maske und Robe der Frau. Erneut schnappt er Wutentbrannt nach der Peitsche, wofür sie ihm ein weiteres Mal fest auf die Schnauze schlägt. Die Hiebe lassen ihn vor Wut schäumen. Er brüllt so laut, dass die Menschen für einen Moment in die Düsternis zurückweichen. Alle, außer der Frau mit der Peitsche. Seht ihn euch an, ruft sie ohne Furcht, und die anderen bleiben stehen oder kommen sofort wieder näher. Er ist ein Gott, und wir haben ihn in Ketten gelegt. Der nächste demonstrative Hieb auf seiner empfindlichen Nase schmerzt nicht weniger als die Hiebe davor, bloß weil er betont beiläufig und abfällig aussieht. Und nachdem wir ihn gebrochen haben, werden wir sein Geschenk empfangen, ruft die Frau derweil und kommt ganz nah an ihn heran. Vor unbändiger Wut beißt er sich auf die Zunge. Sein blutiger Speichel benetzt ihre Maske, als er abermals wirkungslos nach ihr schnappt und sich vorstellt, ihr die Kehle herauszureißen und ihr Herz zu fressen. Das Geschenk des Wolfes wird endlich unser sein, sagt sie mit grimmiger Entschlossenheit, ehe sie ihn hieb um hieb zurück in die tiefe eisige Finsternis prügelt. Der Wolf ist fort, und ich erwache mit einem Mordskater. Vor mir auf dem Boden stehen eine Plastikflasche mit stillem Mineralwasser und ein allmählich durchweichender Pappteller mit zwei Stacks. Sie sind roh und blutig. Mein Magen knurrt vernehmlich. Trotzdem muss ich erst was gegen die Dehydrierung tun. Der Flaschenverschluss knackt beim ersten Öffnen. Ich trinke gierig. Was? Die Drogen jubeln sie mir weit weniger subtil unter, es gibt also keinen Grund, sich zurückzuhalten. Ich greife nach dem Teller mit den saftigen roten Fleischstücken. Sonst versuche ich meine Steaks wenigstens mit einem Hauch von Medium zu essen. Aber ja, so schmeckt es mir eigentlich am besten. Ohne Stern, aber mit ordentlich Fleischgeschmack. Während ich kaue und schlinge, mache ich mir Sorgen. Bellt Marlowe laut genug, damit Mrs. Fosco sich mehrmals beschwert und der Hausmeister am Ende die Wohnung aufsperrt? Macht Abby sich Gedanken, was aus mir geworden ist? Ruft sie die Cops? Spricht sie mit den Jungs und Mädels im Club? Erinnern sich Marcy und Rick an Sierra? Du hast andere Probleme, Kid, sagt Dad Crow, der plötzlich neben mir an der Wand sitzt. Und du solltest nicht darauf bauen, dass die Kavallerie kommt. Stimmt, sage ich, und spüle den letzten Bissen mit Wasser hinunter, was den Blutgeschmack nur verstärkt. In was für eine kranke Scheiße bin ich da bloß reingeraten, frage ich nach einer Weile, in der ich stumm die Illusion der Nähe meines toten Freundes genossen habe. Ist besser, als alleine zu sein und verrückt zu werden. Naja. Ja, ziemlich kranke Scheiß, antwortet Dad Crow. Ich blinzle, er ist fort, und Sierra öffnet die Tür. Wie ein Model auf einem Laufsteg in New York spaziert sie in meine Zelle. Du willst wissen, wieso du hier bist? Meine Suite wird also videoüberwacht. Weil du auserwählt wurdest. Darum. Aha. Du bist also wirklich die Oberpriesterin vom Kult der Beknackten, ja? Du sprichst wie ein echter Ungläubiger. Ungläubiger? Scheiße, hörst du dir auch mal selbst zu? Mich interessiert vielmehr, was du zu sagen hast. Ach was? Hast du was Spezielles im Sinn? Sierra geht vor mir in die Hocke, streift sich ihre widerspenstige Haarsteine aus dem Gesicht und sieht mich forschend an. Ich habe den anderen versprochen, dass du uns gibst, was wir wollen. Auch wenn ein paar von ihnen meinen, dass ein Streuner das Geschenk gar nicht geben kann. Wir hatten schon ein paar von deiner Sorte hier. Was? Dachtest du, du bist allein? Das letzte Einhorn? Ach, Süßer. Sie lacht mich aus. Hast du dich nie gefragt, wie viele von deiner Sorte es da draußen eigentlich gibt? Ehrlich gesagt habe ich das wirklich nie. War schwer genug, mein eigenes Leben mehr schlecht als recht in den Griff zu kriegen, hatte nicht das Gefühl, dass zu viele Fragen es leichter machen würden. Oder antworten. Oder noch mehr von meiner Sorte. Ein Wolf in meinem Leben hat mir immer gereicht. Hab meinen Vater und alles andere aus der Ecke gekonnt, ausgeklammert und mich um meinen Kram gekümmert. Das war einmal, wie's aussieht. Was zum Teufel wollt ihr, Spinner, von mir? Sarah schüttelt sanft den Kopf, als wäre ich der größte Hohlkopf, den sie je gesehen hat. Deinen Samen, Jackson. Wir wollen deinen Samen. Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Ich will das Geschenk empfangen. Ich will einem Wolf das Leben schenken. Ach, du Scheiße. Das hier ist nicht Twilight. Das hier ist das echte Leben. Außerdem war das was Einmaliges zwischen uns. Tut mir leid. Sarah verpasst mir eine harte Ohrfeige. Der Wolf in mir erinnert sich wieder an die Peitschenhebe. Wir knurren beide. Als ich den Kopf zurück in ihre Richtung drehe, lächelt Sarah schon wieder. Echt unheimlich. Gib uns, was wir wollen. Gib mir, was ich will. Dann kannst du gehen. Du bist echt total hinüber. Diesmal schlägt sie nicht wieder zu. Lächelt lediglich noch etwas breiter. Noch unheimlicher. Na schön. Wenn du nicht freiwillig mitmachst, müssen wir eben weiter nach der richtigen Mischung suchen. Das Wort gefällt mir nicht. Mischung? Deine kleinen Tollwutspritzen. Im Moment blockieren wir deine Verwandlung auf Kosten anderer Fähigkeiten, für die wir eigentlich Verwendung hätten. Aber keine Angst. Wir werden schon noch unseren Spaß haben, du und ich. Wir finden die richtige Mischung und dann? Ich starre Sarah an. Frage mich, was sie in ihr Parfum gemischt haben, damit ich bei ihrem Lächeln neulich einen Ständer statt einer Gänsehaut bekam und nur noch daran denken konnte, sie flachzulegen. Sarah redet unterdessen einfach weiter, als würde sie mir etwas von einem Ausflug erzählen, den wir bald machen. Einem netten kleinen Picknick vielleicht. Du hast noch nicht gemerkt, dass dein Zimmer neu möbliert wurde, hm? Jackson, Jackson, ohne den Wolf bist du wirklich hilflos. Ich merke nicht, wie sie geht, und auch als das Licht schon ein paar Minuten aus ist, blicke ich noch zu dem Metalltisch, der da im hinteren Teil meiner Zelle steht. Hab ihn vorher echt nicht bemerkt. Sieht aus, als stammt er aus einem Operationssaal oder aus der Gerichtsmedizin oder aus Victor Frankensteins Labor. Der gute alte Doc hatte auch Fesseln für Hand- und Fußgelenke auf seinem Tisch, glaube ich. Ich hab den Überblick verloren. Kein Zellsystem, mit dem ich es versuche, hilft mir zumindest grob, die Tage im Blick zu behalten. Da sie selbst das Essen zu unterschiedlichen Zeiten bringen und auch meinen Freund den Eimer unregelmäßig holen und leeren, ist es gleichfalls keine Orientierungshilfe. Die meiste Zeit schlafe ich außerdem unruhig, dahingerafft von dem, was sie mir neben Vicodin und Viagra noch alles durch meinen Körper pumpen, gequält von unruhigen Träumen, in denen ich mal Mensch, mal Wolf, mal irgendetwas dazwischen bin. Die wahren Albträume beginnen jedoch, wenn ich an der Grenze zwischen Finsternis und Schlaf entlangtaumle und sie mich zugedräumt auf den Tisch schnallen. Was meinst du, ob's geklappt hat? Ich öffne meine Augen, soweit ich kann. Ist aber nicht weit. Bin total erledigt. Irgendein neuer Drogencocktail schätze ich. Sarah steht vor mir, über mir, reibt sich über den Bauch. Ich reagiere nicht, sage nichts, denke nichts, fühle nichts. Zumindest rede ich mir das ein. Sarah lacht leise und im nächsten Moment spüre ich ihre zarten Finger auf meinem dichten Bart. Der Gedanke, dass sie mich anfasst, genügt, damit ich beinahe kotze. Schätze, ich gewinne den Kampf gegen die Übelkeit nur, weil ich zu ausgelaugt bin, um mich zu übergeben. Zu schwach, um mir den Rest Seele aus dem Leib zu kotzen. Wird ohnehin nicht mehr viel da sein. Nein, murmle ich schwach, als Sarah schon eine ganze Weile fort ist und mich in der isolierten Finsternis meines Gefängnisses zurückgelassen hat. Es dauert noch länger, bis ich bemerke, dass mir Tränen und Rotz über das Gesicht und den Bart laufen. Es klappt einfach nicht. Sarah klingt frustriert. Ich hab dir gleich gesagt, dass ein Streuner nichts taugt. Sagt eine Männerstimme, die ich zum ersten Mal höre. Vielleicht hab ich sie auch schon mal gehört, kann mich nicht erinnern. Dann müssen wir uns einen anderen suchen. Ja, sieht so aus. Ich hatte so ein gutes Gefühl. Du hast wieder nur auf die Optik geachtet, Liebes. Sehr witzig, Michael. Nicht wahr? Was machen wir mit ihm? Na, was wohl? Sagt Dean und Robert Bescheid. Du bist der Boss. Leise Schritte entfernen sich. Sierra und ich sind wieder allein. Ich weiß, dass sie mich ansieht. Mehrere Minuten vergehen. Keiner sagt ein Wort. Tut mir leid, flüstert sie irgendwann leise und küsst mich zärtlich auf die rissigen, bartgerahmten Lippen. Dann bin ich wieder allein. Ich kriege am Rande mit, wie der nach Diesel stinkende alte Pickup schaukelnd zum Halten kommt. Jemand zieht die schmierige Plane weg, unter der ich auf der gesamten Fahrt übergelegen habe. Aufwachen, Prinzessin! Sie sind da! Sie sind da! Sie sind da! Sie sind da! Ja, denkst du, er erfriert? Ich hatte eher an den Bären gedacht. Oh, auch schön. Aber Michael hat gesagt, wir sollen sicher gehen, umlegen und vergraben. Ja, ich weiß. Wäre aber cool. Wir könnten da hinten parken und den Weichen warten. Und am Sitz steht noch ein Sixpack. Hab noch nie gesehen, wie jemand von einem Bären gefressen wird. Denkst du, der Bär würde mit seinen Eiern anfangen? Ja, kann schon sein. Wenn er so schwul ist wie du? Wichser! Ich blende ihr Gelaber aus, das in der Tour weitergeht, und versuche mich, auf den Wolf zu konzentrieren. Zunächst denke ich, dass ich hier draußen ganz allein mit den beiden Volltrotteln und ihrer Knarre bin, dass noch zu viele Drogen in mir zirkulieren. Da jedoch erhasche ich einen Hauch von Wolf in der kalten Finsternis, angelockt von der Luft und den Gerüchen, die nach meiner Gefangenschaft anfangs wie ein Schock für mich waren, als ich schlotternd und schluchzend auf der Pritsche lag. Komm schon, du Mistvieh! Lass mich jetzt nicht im Stich! Ich habe schon ein paar Mal Todesangst verspürt in meinem Leben, und es ist auch nicht das erste Mal, dass jemand eine Waffe auf mich richtet und die Absicht hat, abzudrücken. Das sind normalerweise die Momente, die dem Wolf gehören. Ob Vollmond oder nicht. Das ist seine Bühne. Seine Schau. Aber so wie es aussieht, ist er noch zu weit weg. Noch zu viel Shit in meinem Blut, der ihn ausbremst. Er wird mich nicht rechtzeitig erreichen. Dann macht der Bärtige mit der Knarre einen Fehler. Offeriert die eine Chance, die jeder Wolf in der Wildnis eiskalt ausnutzt, wenn sie sich ihm bietet. Denn anstatt mich auf der Stelle abzuknallen wie einen tollwütigen Hund, öffnet einer meiner peiniger Grinsen seinen Hosenlatz, holt sein Ding raus und pisst mich voll. Sein Kumpel findet die Idee riesig und macht es ihm nach. Lachen sich einen ab dabei, die zwei. Ich lasse es über mich ergehen. Furcht ist gut. Hass noch besser. Beides liefert Adrenalin ohne Ende. Und das ist alles, worauf es ankommt. Na mach schon, Kid, ermutigt mich auch Dad Crow, der hinter den beiden johlenden Typen steht, den Kopf schüttelt und sich abwendet, um in den Wald zu stapfen. Ich habe nie die Zeit gestoppt. Nie gemessen, wie lang eine Verwandlung dauert. Die beiden fummeln noch an ihren Hosen herum, da wuchte ich mich bereits ächzend auf die Knie. Äh, Dean? brummt der Typ ohne Knarre verunsichert. Der Wolf in mir brüllt vor Hass und Wut. Ich stimme in das Brüllen mit ein, verwandle mich wie der Blitz. Als ich mich auf Dean stürze und ihm die Knarre aus der Hand schlage, bin ich noch ein Mann, in dem ein Wolf tobt. Als ich meine Zähne in seiner Halsschlagader grabe, bin ich mir schon nicht mehr sicher, was ich eigentlich bin. Doch als ich mich mit vor Blut glänzender Schnauze und messerscharfen Zähnen und Klauen zu seinem Kumpel umdrehe, der sich in die Hosen macht, weiß ich genau, was ich bin. Ich bin das Letzte, was dieses Arschloch in seinem jämmerlichen Leben sehen wird. Ich, oder besser gesagt, der Wolf. Er kriegt das meiste Fleisch ab, während die anderen sich später um die Reste balgen. So ist das eben, wenn man das Alpha-Männchen ist. Seit er das Rudel in der Abgeschiedenheit der Wälder und Ebenen im Norden fand und den alten Leitwolf tötete, hat ihn niemand mehr herausgefordert, was angesichts des vorherrschenden Größen- und Kräfteverhältnisses keine wirkliche Überraschung ist. Der Kadaver des frisch erlegten Hirsches dampft in der Kälte und färbt den Schnee in grellem Rot. In den Bäumen, die unter ihrer weißen Last ächzen, sammeln sich bereits die Aasfresser und warten auf ihre Gelegenheit, sich beizeiten über die Reste der Reste herzumachen. Ihn kümmert es wenig, wie ihn überhaupt wenig kümmert in diesen wundervollen Tagen der unbedrohten Freiheit und ungezähmten Wildheit. Als er jedoch eine fremde und doch irgendwie vertraut wirkende Witterung im frostigen Wind bemerkt, nimmt er die Schnauze aus den Innereien des toten Bockes, leckt sich mit seiner breiten Zunge das Blut vom Fell und hält die Nase misstrauisch in die kalte Luft. Die übrigen Mitglieder seines Rudels sind noch mit der Beute beschäftigt, da springt er bereits mit großen Sätzen durch den Schnee und folgt der eigentümlichen Witterung. Die anderen sind es gewohnt, dass er sich gelegentlich auf Alleingänge begibt, die ihn, ob seiner Größe und Stärke, weiter fortführen als das übrige Rudel. Mühelos bewegt er sich durch den tiefen Schnee und schiebt sich schließlich lautlos die letzten Meter auf die verdächtige Witterung zu. Aus dem Schutz von Schnee und Zweigen heraus, flach auf den Boden gedrückt, beobachtet er den Hund, der frierend und hungernd neben seinem toten Herrn kauert, dem das Jagdgewehr in den Händen festgefroren ist. Er verlässt sein Versteck und tritt bedächtig aus dem Unterholz. Schnee knirscht unter seinen Furten. Der Hund erhebt sich schlotternd und beginnt zu knurren, obwohl er aussieht, als würde er lieber winseln und den Schwanz einklemmen. Er möchte sich auf ihn stürzen und den Hund als Trophäe zu seinem Rudel zurückschleifen, doch dann hält er inne, wie von einer fremden Macht gelenkt. Der Hund scheint sein Schicksal zu akzeptieren und bettet sich wieder lautlos auf der steifen Leiche seines Herrn. Dabei lässt er ihn nicht aus den Augen. Er und der Hund schauen einander an. Und er hat das Gefühl, dass es auf einmal der Hund ist, der ihn zerreißt, obwohl er gar nichts tut und nur da liegt und frierend auf das Unvermeidliche wartet. Es wird nicht geschehen. Denn plötzlich dreht sich alles, und er wird in die Schwärze gezogen, die er schon fast vergessen hatte. »Hast dir ganz schön viel Zeit gelassen, Kid«, sagt Dad Crow anklagend, noch ehe ich die Augen öffne, ehe ich nach langer Zeit wieder aus der Finsternis auftauche. Die Schmerzen und die Kälte sind brutaler denn je. Es liegt nicht allein an Schnee und Eis. Vor allem liegt es an der Zeit, die der Wolf mich komplett ausgesperrt hat. Ich friere, wie ich noch nie in meinem Leben gefroren habe, während vor meinem Inneren Auge Bilder von Holzlastern und Güterzügen vorbeiziehen, von nächtlichen Gewaltmärschen gen Norden, von meinem neuen Rudel und unzähligen Jagden, vom Glück und der Freiheit des Wolfes. Da höre ich das verunsicherte Winseln zum ersten Mal. Es liefert mir den Anker, den Marlow sonst für mich bereithält, und ich ziehe mich ein Stückchen aus der eisigen Schmerze, gerade genug, um wieder klar denken zu können, um unterscheiden zu können, was Wolf und was ich ist. »Barlow!«, murmle ich schwach, wibbernd über jeden Buchstaben stolpernd. Der dunkelbraune Labrador-Retriever, der auf den tiefgefrorenen Resten seines Herrchens liegt, beobachtet mich mit einer Mischung aus Hoffnung und Angst, der, weil ich mich wankend aus dem Schnee kämpfe und nicht weiß, ob mir zuerst mein bestes Stück oder doch meine Füße abfrieren. Scheiße, ist das kalt! »Hey, Kumpel!«, sage ich schlotternd, als ich mich unsicheren Schrittes dem Leichnam und seinem Bewacher nähere. »Denkst du, wir können uns gegenseitig helfen?« Der große Hund spitzt die Ohren. »Ich würde mir gerne ein paar Sachen von deinem Herrchenbogen glauben nicht, dass er was dagegen hätte. Er braucht sie gerade nicht. Was meinst du, Kumpel? Geht es klar?« Ich strecke langsam die Hand nach dem Hund aus, und da er weder knurrt noch bellt noch beißt, tätschle ich unsicher seinen Hals. »So ist gut«, sage ich außerdem und packe ihn am Halsband, um ihn von der Leiche fortzuziehen. Es ist ein hartes Stück Arbeit, dem toten Mann mit einem Stein die gefrorenen steifen Glieder zu brechen, und ich und der Hund zucken bei jedem grässlichen Knacken gleichermaßen zusammen. Wundert mich, dass keine Vögel auffliegen, so laut wie das Geräusch ist. So laut und so häßlich. Anders komme ich allerdings nicht an den schweren, pelzgefütterten Ledermantel oder die Stiefel. Kostet mich einiges an Überwindung, aber der Dicke braucht die Sachen wirklich nicht mehr. Mich bewahren sie eventuell vor dem Erfrieren. Denn den Wolf kann ich nicht mehr leicht hinrauslassen, so viel ist klar, obwohl sein dichtes Fell für diese Temperaturen viel besser geeignet wäre. Wäre zu leicht für ihn, die Oberhand zu behalten, nach all der Zeit, in der er nun den Ton angegeben hat. Sobald ich Stiefel, Handschuhe und Mantel anhabe, und letzteren ein wenig warmgerieben habe, grabe ich den Rucksack aus dem Schnee, der neben der Leiche liegt, wische ihn ab, öffne den Reißverschluss und durchsuche ihn. Jackpot! Karte! Eingezeichnete Jagdhärte. Ich frage mich, wem ich zu größerem Dank verpflichtet bin. Dem fetten Kerl, der genau hier einen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder was auch immer bekommen hat, oder seinem Hund, der bei ihm ausharrte und so den Wolf anlockte, was eine Erinnerung an Marlow heraufbeschwor und mir, ungeachtet allen Pathos, die Tür öffnete. Zwischenzeitlich hat es wieder zu schneien begonnen. Ich schlinge mir den Rucksack um die Schulter und marschiere los, noch immer etwas unsicher, auf meinen zwei Beinen und in den zu großen Stiefeln. hoffe, dass das Rudel der Spur seines Anführers erst folgt, wenn ich schon weit genug weg bin. Plötzlich ertönt ein Bellen hinter mir. Mir läuft ein Schauer über den Rücken, was nicht allein an der Kälte und den Kleidern eines Toten liegt, die ich so selbstverständlich trage. Ich blicke durch den dichten Schneefall zurück. Der Hund, der noch immer über seinem entkleideten Herrn wacht, steht angespannt da und zieht in meine Richtung. Wegen mir kannst du gern mitkommen, Kumpel. Deine Entscheidung. Na los, komm. Nach einem letzten kurzen Zögern flitzte er auf mich zu und wir machen uns Seite an Seite auf den langen Weg, wohin auch immer. Meine Dankbarkeit kennt keine Grenzen, da wir noch vor Einbruch der unerbittlichen Nacht die Jagdhütte erreichen. Sie liegt hinter einem verschneiten Steilhang, der es noch mal ganz schön in sich hat und mir alles abverlangt. Ich falle ein Dutzend Mal in den Schnee, schlüttere entkräftet immer wieder ein paar Meter abwärts. Der Retriever weicht nicht von meiner Seite. Glaube, ich nenne ihn ein- oder zweimal Marlow. Ich hätte nicht drauf gewettet, aber wir schaffen es. Stehen oben auf dem Hang, vor der Hütte. Drinnen gibt es Konserven, einen Ofen und trockenes Holz. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die zählen was. Ich frage mich, ob ein Teil von mir, während der finsteren Zeit, als der Wolf das Sagen hatte, klammheimlich dafür gesorgt hat, dass das zottelige Mistvieh sich letztlich nie zu weit von dieser letzten Bastion zivilisatorischen Lebens inmitten weiter Wildnis entfernt hat. Als erstes füttere ich den Hund. Macht der Gewohnheit, schätze ich. Der Retriever macht sich gierig über den Inhalt der Dose her, die ich auf einen Teller schüttle. Sein Name ist Balou, die mir seine Marke im Schein der Öllampen inzwischen verraten hat. Sein toter Herr, dessen Mantel mich hierher gebracht hat, war ein Immobilienmakler aus Calgary, wenn ich die Fotos und Unterlagen, die es hier gibt, richtig auslese. Auf den Fotos war er noch nicht so fett. Er hätte besser auf sein Gewicht achten sollen. Aber ich will mich nicht beschweren. Seine Frau, die auf einem der Fotos neben ihm posiert, ist mindestens fünfzehn Jahre jünger und eine lebende Symbiose aus Silikon und Botox. Kann mich jedoch nicht an den Namen erinnern. Trotzdem kommt mir ihr Gesicht vage bekannt vor. Anders als das Gesicht, das ich im Spiegel neben der kleinen Schlafkoje erspähe. Ich schrecke zurück. Ein Fremder schaut mich an. Ein gut aussehender Fremder, wie ich zugeben muss. Darüber muss ich ein Weilchen grübeln. Ich war noch nie so lange in Wolfsgestalt. Aber anscheinend profitiere ich davon, wenn es dem Wolf gut geht. Danke für nichts, du Drecksfeech. Ich wasche mich von Kopf bis Fuß und schneide mir die Haare mit der Schere aus dem Verbandskasten knapp auf Schulterlänge ab. Den Bart stutze ich nur geringfügig. Hab so ein Gefühl, dass er mir noch helfen könnte. Fühle mich wie ein König, als ich anschließend in das Bett mit der dicken Daunendecke gleite, Balou am Fußende, das Knistern des Kanonenofens und sein Versprechen behaglicher Wärme im Ohr. Ich drehe die Öllampe aus. Die Gedanken bleiben an. Körperlich geht es mir wirklich gut, obwohl ein bisschen Obst in der nächsten Zeit vermutlich nicht schaden wird. Meinem Geist geht es dafür beschissen. Dass ich der Kartenbeschriftung zufolge irgendwo im kanadischen Niemandsland bin, ist dabei mein geringstes Problem. Viel schlimmer ist die Sache mit dem Kalender. Denn wenn der Kringel und die Jahreszahl darauf stimmen, dann habe ich die letzten anderthalb Jahre als Wolf verbracht. Anderthalb Jahre meines Lebens. Einfach so fort. Gelebt und doch nicht. Eben hatte ich noch Streit mit meiner Freundin, eine harte Nacht im Käfig und einen dämlichen One-Night-Stand. Dann möchte mich ein paar Verrückte als Zuchtrüden missbrauchen und machen Dinge mit mir, die selbst den härtesten Knastpsychologen zum Weinen bringen würden. Und als wäre das alles noch nicht beschissen genug, wache ich schließlich nach über 15 Monaten im kanadischen Winter auf und versuche mich von den Erinnerungsfragmenten des Wolfes nicht in den Wahnsinn treiben zu lassen, in denen das Blut in rauen Mengen fließt, Fleisch reißt, Knochen brechen und das Biest sein Alpha-Weibchen scheinbar pausenlos bespringt. Anderthalb Jahre. Scheiße. Ich kämpfe vergeblich gegen die Tränen. Als Balou mich mit der Schnauze anstupst, kann ich sie nicht mehr zurückhalten. Es dauert lange, doch am Ende heule ich mich an Balous Hals in den Schlaf und versinke in eine traumlose Dunkelheit, die trotz allem nicht so schwarz und endgültig ist, wie die letzten anderthalb Jahre in der Finsternis. In der Nacht kommen die Wölfe. Ich höre sie noch vor Balou. Habe sie erwartet, gespürt, dass sie kommen. Schon gut, Kumpel, beruhige ich den Hund, als er hochschreckt. Die sind wegen mir hier. Das langgezogene Heulen kommt näher, bis ich den heißen Atem des Rudels hören kann, das sich vor der Hütte aufstellt. Ich schlüpfe in den weiten Mantel und die zu großen Stiefel und gehe zum vor sich hin klackenden Ofen. Das Stück Anzündholz, das ich ins Schürloch halte, fängt schnell an zu brennen. Ich halte es wie eine Fackel und öffne die Tür zur Hütte. Die Kälte springt mir wie ein Raubtier entgegen. Acht glühende Augenpaare starren mich aus der Nacht an, ich starre zurück. Angst habe ich keine, nicht mal ein mulmiges Gefühl, was sich wiederum echt seltsam anfühlt. Die Wölfe knurren in der Dunkelheit, laufen unruhig hin und her und trauen sich nicht näher, das Holz in meiner Hand brennt langsam ab. Hat ein bisschen was vom Dschungelbuch, kann mir vorstellen, was das Rodel verwirrt, der Geruch, die Gestalt, das Feuer. So stehen wir ein paar Augenblicke da. Am Ende, als ich mir schon fast die Finger verbrenne, ziehen sie ab wie ein paar Geister aus einem Albtraum, gleiten lautlos zurück in die Nacht, aus der sie kamen. Ich weiß nicht, ob es bei all dem Starren irgendeine Art der Kommunikation mit dem Wolf gegeben hat, von der ich nichts mitbekommen habe, oder wie ich es sonst erklären soll. Aber sie gehen, und nur darauf kommt es an, vermute ich. Dad Crowe und ich stehen vor der Jagdhütte. Die gleißende Sonne kann nicht über die klirrende Kälte hinwegtäuschen. Anders als bei Dad Crowe bildet mein Atem kleine Wölkchen vor meinem Gesicht. Baloo tobt übermütig durch den Schnee. Was hast du jetzt vor? fragt Dad Crowe. Was würdest du tun? Dad Crowe lacht. Darum geht es nicht, Kid. Ich weiß. Dad Crowe blickt zum klaren Himmel. Ich meine, du könntest ein neues Leben beginnen. Irgendwo komplett neu anfangen. Hier, dort. Überall. Ich nicke knapp. Könnte ich, ja. Wirst du aber nicht, was? Ich denke an Seattle. Abby und Marlow. Marcy und den Club. An Sierra und das, was sie mir angetan hat. Was sie mir geraubt hat. Was sie mich gekostet hat. Nein, sage ich deshalb leise zu der eiskalten Luft neben mir. Und Baloo blickt mich fragend an. Werd ich nicht. Fernes Donnern und Dröhnen kündigen den Truck hinter uns an, lange bevor er auch nur auf der schier endlosen Straße zwischen den eingeschneiten Baumreihen in Sicht kommt. Der Sattelschlepper ist das erste Fahrzeug, das ich in den letzten zwei Tagen, die Baloo und ich nun schon an der Straße entlanglaufen, zu Gesicht kriege. Ich strecke den Arm aus, Daumen nach oben. Der Fahrer hupt und lässt seinen Koloss in einiger Entfernung anhalten. Baloo und ich rennen am langen Anhänger vorbei zum Schlepper und ich öffne die hohe Beifahrertür der Fahrerkabine. Hi, danke. Ich habe einen Hund mit dabei, sage ich über das laute Motorengeräusch und Hydraulik zwischen hinweg. Kein Problem, lautet die Antwort des Fahrers und ich hebe Baloo mit vorgetäuschter Mühe auf den Sitz, ehe ich den Rucksack mit unserem Proviant reinwerfe und hinterherklettere. Hey, danke, wirklich. Ich bin Jackson und das ist Baloo. Jim, und bevor du fragst, ja, es gibt auch Japaner, die Trucks fahren. Ich wollte nicht fragen. Sicher? Na ja, da siehst du's. Ich bin kein Rassist oder so und ich kein Japaner. Komme aus Ottawa. Seattle. So weit fahre ich aber nicht, nur bis zur Grenze. Macht nix. Ich glaube nicht, dass sich Jim auf die Nase binden sollte, dass jede Meile, die mich meiner Rache an Sierra und ihren Freunden näher bringt, eine gute Meile ist. Hübscher Hund, sagt Jim, während er den schweren Truck wieder in Bewegung setzt. Danke. Du willst ihn aber nicht essen, oder? Was? Gott, nein, ich bin doch kein Chinese. Wir lachen beide und bis Vancouver ist es eine richtig nette Fahrt. Genau die Art von Resozialisierungsmaßnahme, die ich für den Anfang brauche. In der Stadt suche ich in einer Telefonzelle, die den Charme einer Tiefkühltruhe hat, als erstes die Adresse des nächsten Tierheims aus dem dicken Telefonbuch. Hab ihn unterwegs aufgelesen, lüge ich dem städtischen Verwaltungsangestellten eine Stunde später vor. Er hat ne Marke. Vielleicht können Sie den Besitzer kontaktieren. Während der gelangweilte Tierheimangestellte sich mit Balous Marke in sein Büro verkrümelt und hinter seine Tastatur klemmt, gehe ich in die Hocke und fahre meinem neuen Freund mit gespreizten Fingern durch das Fell am Hals. Marlo hat das auch immer gemocht. Es tut mir leid, Kumpel, aber dort, wo ich hingehe, kann ich nicht auf dich aufpassen. Ist besser so, glaub mir. Balou leckt mir übers Gesicht. Ach, verdammt! Der Kerl in seinen mit Akten Schränken vollgestopften Kabuff telefoniert so laut, dass ich mühelos jedes Wort verstehen kann. Wenn er zurückkommt, um mir irgendwelche Fragen zu stellen, sollte ich besser weg sein. Also schiebe ich mich bestimmt an Balou vorbei aus der Tür und winke ihm ein letztes Mal durch das Glas zu. Mach's gut, Kumpel. In einem Second-Hand-Laden, ein paar Straßen weiter, finde ich Klamotten, die mir besser passen als mein derzeitiges Outfit, das ebenfalls schon einen Vorbesitzer hatte. Die Frau hinter dem Tresen ist eine nette, alte Lady und stellt keine Fragen, als ich einen Tausch vorschlage und ihr den pelzgefütterten Mantel zur Inspektion überreiche. Hölle! Was habe ich eine halbwegs vernünftig sitzende Jeans und ein paar gut passender Stiefletten vermisst? Ich streune noch ein bisschen durch den Laden und wühle mich durch die Kleiderständer, einfach nur, weil es sich so herrlich normal anfühlt, selbst wenn es nur Illusion ist. Dabei fällt mir eine Lederjacke ins Auge. Meine Finger fahren über das speckige Leder. Riecht nach teuren, alten Autositzen. Leider habe ich nichts mehr zum Tauschen und Wolfsfell wird sie kaum wollen. Nehmen Sie sie, ertönte auf einmal die Stimme der betagten Besitzerin. Ich drehe mich um, sehe sie verwundert an. Sie sagt, Frohe Weihnachten, junger Mann. Weihnachten? Scheiße! Hastig wende ich mich ab, beiß mir auf die Unterlippe, kämpfe die Tränen zurück. Das muss aufhören. Nein, nicht Weihnachten. Dass mir jede Erinnerung daran, was man mit mir gemacht hat und wie viel ich verloren habe, das Wasser in die Augen treibt. Ist ja nicht so, dass mir Weihnachten sonst viel bedeutet hätte. Ich räuspere mich, finde meine Fassung wieder, setze die passende Maske auf. Ich, danke. Schon gut. Danke. Ein warmes, freundliches Lächeln, das beinahe schon wieder zu viel für mich ist. Na los, ziehen Sie sie mal an. Ich nehme die Jacke vom Bögel und schlüpfe hinein. Passt wie angegossen. Darin sollte man mich beerdigen. Steht Ihnen gut, lautet auch das fachkundige Urteil. Ich versuche in dem schmalen, dreckigen Spiegel zwischen den Ständern einen Blick auf meine Erscheinung zu erhaschen, hab mich noch immer nicht an den Bergsteiger Bart gewöhnt. Finden Sie? Aber hallo, wenn ich nur vierzig Jahre jünger wäre. Ich grinse, und zwar nicht nur, weil ich weiß, dass es von mir erwartet wird, und gehe zum Tresen neben der Tür, küsse die ergraute Lady, die plötzlich ganz schweigsam wird und an ihrer Kasse herumfummeln muss, auf die Wange. Danke, sage ich außerdem noch einmal. Beim Verlassen des Ladens frage ich mich, ob es tatsächlich stimmt, was man über die Nettigkeit der Kanadier sagt. Nun, ich bin kein Kanadier. Und da ich schon verzweifelt losbrüllen möchte, bloß weil mir jemand frohe Weihnachten wünscht, werde ich in absehbarer Zeit auch nicht ins Lager der netten Menschen überwechseln. Im Gegenteil. Ich wusste, dass die Erinnerungen in dem Moment auf mich einstürmen würden, indem ich einen Fuß aus dem Bus setze. Ist jedoch heftiger als gedacht, muss mich erst mal auf die nächste Bank setzen, schließe die Augen und inhaliere die Gerüche der Stadt. Unverkennbar Seattle. Mir war bisher nie klar gewesen, dass ich diesen Ort mehr als jeden anderen als mein Zuhause betrachte. Könnte ewig so sitzen bleiben, dem Puls der City mit allen Sinnen lauschen, als passiver Statist im Leben der anderen fungieren. Ich werde dir nicht bei dem helfen, was du da vorhast, Kid, ertönt plötzlich Dead Crows Stimme neben mir und zerstört die falsche, fadenscheinige Idylle. Ich bin weg, wenn du das durchziehst. Endgültig. Warum, frage ich, obwohl die eigentliche Frage lauten sollte, was mein Unterbewusstsein mir sagen möchte. Dass ich es sein lassen, wieder in den Bus steigen und mir einen Ort suchen soll, an dem ich in Frieden leben kann? Weil es Schwachsinn ist, sagt Dead Crows. Du kannst hier nichts gewinnen. Hier hast du bereits alles verloren. Du weißt, was sie getan haben. Ein Grund mehr, nicht mehr hierher zurückzukommen. Was ist mit Rache? Was ist mit Leben? Du wirst mich nicht davon abbringen. Der alte Indianer auf der Bank neben mir nickt. Schwer zu sagen, ob er traurig aussieht. Ein paar Passanten, die auf dem Weg zu ihrem Bus vorbeikommen, werfen mir schräge Blicke zu. Dead Crows steht auf. Seine Mine hat etwas Feierliches an sich. Tu, was du tun musst. Aber ohne mich. Ich sehe erstaunt zu ihm auf. Pass auf dich auf, Kit, sagt er nur und geht schnurstracks auf den nächstbesten Bus zu, wo er sich hinter den anderen Zusteigenden anstellt. Blick nur noch einmal kurz zurück. Beim nächsten Blinzeln ist er fort. Doch auch das wird mich nicht aufhalten. Mein erster Besuch gilt meiner alten Bude. Ich klopfe, doch es macht niemand auf. Anders bei den Foskos. Mrs. Foskow mustert mich skeptisch. Hallo, Mrs. Foskow, sage ich sonnig. Keine Reaktion. Der Bart vermutlich. Ich bin's, Jackson, Jackson Alice. Ihre Augen weiten sich. Dann sagt sie ganz abgeklärt, hätte sie mit dem Bart fast nicht erkannt. Ich zwinge meinen Lippen ein nonchalantes Lächeln auf. Sie waren lange fort, sagt sie derweil. Ziemlich, entgegen ich wage. Die Polizei war sogar da, fährt Mrs. Foskow fort und ihr Blick verrät mir, dass sie das mit dem Käfig weiß. Dass das zusammen mit meinem höchst mysteriösen und verdächtigen Verschwinden die Quelle einer Vielzahl hässlicher Spekulationen gewesen ist. Draufgeschissen. Bin nur aus einem Grund hier. Wissen Sie, was mit Marlow passiert ist, Mrs. Foskow? Ich hoffe, sie haben ihn nicht ins Tierheim gebracht. Als ich daran denke, dass ich Baloo genau an so einen Ort gebracht habe, fühle ich mich nicht sonderlich gut. Ich glaube, ihre Freundin hat ihn zu sich genommen. Die dürre Dunkelhaarige. Abby. Meine Gedanken schweifen von der Tür und dieser Unterhaltung fort, aber Mrs. Foskow holt mich schnell zurück. Mein Charlie ist tot, sagt sie nämlich übergangslos. Oh. Also hatte er endlich seinen Infarkt. Mein Beileid, sage ich wenig überzeugend. Mrs. Foskow schnieft und nickt tapfer. Wo waren sie eigentlich, fragt sie schließlich. Hat ganz schön lange durchgehalten, die Gute. Ich zucke mit den Schultern. Wandern, antworte ich, überlasse Mrs. Foskow ihrem fröhlichen Witwen da sein und verlasse das Haus in dem Wissen, nie wieder hierher zurückzukehren. Abby wohnt noch immer in ihrer alten Wohnung. Allerdings wohnt sie da nicht mehr allein. Marlow wohnt bei ihr. Und irgendein Feuerwehrmann. Könnte auch ein Rettungsfahrer sein. Kenn mich mit Uniform nicht so aus. Am Abend stehe ich vor ihrer Tür und kriege mehr von ihrem neuen Glück mit, als gut für mich ist. Abby und ihr Neuer auf dem Sofa. Im Fernsehen irgendeine seichte Lieblingsserie. Marlow, der durchs Bild rennt und lachend weggescheucht wird. Abbys Lachen weckt Erinnerungen. Nur die guten, natürlich. An Streit und Stress denkt man erst, wenn man sich dazu zwingt. Und wer möchte das schon? Der Selbsthass dafür, damals in den Club gegangen zu sein, anstatt die Dinge zwischen uns zu bereinigen, ist groß. Fast so groß wie mein Bedauern. Und dennoch nichts im Vergleich zu der Leere, die ich verspüre. Oder der Wut. Nicht auf Abby. Schon gar nicht auf ihren Feuerwehrmann. Auf mich selbst. Auf Sierra. Auf den Wolf. In mir tobt ein Sturm, während draußen ein anderer Sturm mit Wind und Regen lärmend durchs Seattle braust. Kein Dunst, was ich hier tue. Worauf ich insgeheim gehofft habe. Ich werde dir wohl kaum klopfen und Hallo sagen, oder? Nicht nur die Hobos sagen, der Zug ist abgefahren. Mein Pech. Steht mir nicht zu, wen auch immer aus seinem Glück zu reißen, das er in meiner Abwesenheit gefunden hat. Sich in der Zwischenzeit erarbeitet hat. Mein Trübsinn tropft mit dem Regenwasser auf den Boden. Marlos aufgeregtes Bellen reißt mich aus meiner Starre. Auf einmal ist er auf der anderen Seite der Tür, bellt wie verrückt, kratzt und gräbt wie ein tollwütiger Präriehund. Scheiße! Ich schaffe es gerade noch ins dunkle Treppenhaus, schließe die Tür, als Abby ihre öffnet. Siehst du, sagt sie zu Marlo, niemand da. Was hat er? fragt eine Männerstimme von drinnen. Wahrscheinlich nur der Sturm, antwortet Abby. Ja, nur der Sturm. Ich gehe mit in den Taschen vergrabenen Händen und gesenktem Kopf durch den Sturm, werde Teil der anonymen Masse aus Regenschirmen, Mänteln, Jacken, Hüten, Caps und Kapuzen. Lasse mich von ihr und dem Wind treiben. Überlege, was für Probleme andere Leute haben. Stress im Büro, Ärger mit der Gattin, kranke Eltern oder Kinder, Geldprobleme. Aber so ist das eben. Es gibt die Schafe und ein paar Wölfe. Und alle haben wir unser Päckchen zu tragen. Bin selbst überrascht, als ich bemerke, wohin mich mein zielloses Umherwandern geführt hat. Der Sturm wird stärker und ich drücke auf das Klingelschild. Ja? ertönt Marcis Stimme aus der Sprechanlage. Ich bin's, rufe ich über das Tosen und Prasseln hinweg. Jackson! Schweigen. Rauschen. Dann, weitgehend ausdruckslos, komm rauf! Der Türsummer brummt und ich betrete das verwinkelte Treppenhaus, das noch immer nach Zahnarztpraxis riecht. Meine nassen Sohlen quietschen auf den Stufen, als ich gemäßigten Schrittes nach oben gehe. Marcy steht im Lichtschein, der aus ihrer Wohnung fällt. Sie ist barfuß, trägt eine graue Jogginghose und ein dazu passendes Sweatshirt mit Kapuze. Ihre blonde Mähne ist noch feucht, vom Joggen im Regen oder der Dusche danach. Dusche, wie eine zweite Nase voll Mandelschampoo verrät. Marcy schlägt sich die Hand vor den Mund, reißt die Augen auf. Du bist es wirklich, sagt sie und überrascht mich erneut, indem sie mir um den Hals fällt und mich festdrückt. Der Bart kratzt, informiert sie mich nach ein paar köstlichen Augenblicken, in denen ich es nur genieße, jemanden zu halten und gleichzeitig gehalten zu werden. Ich weiß, dass es Marcy gegenüber nicht wäre. Doch ein Teil von mir wünscht sich nun mal, Abby so zu halten. Ich sag diesem Teil, er soll die Klappe halten. Wo warst du? fragt Marcy und fährt mir mit beiden Händen ungläubig über den Bart. So zärtlich, als könnte ich mich bei einer zu festen Beruehrung wieder in Luft auflosen. Weit weg, antworte ich. Marcy nimmt meine Hand. Ich folge ihr in die Wohnung. Der Duft von frischem Kaffee holt mich aus dem Traumland. Ich brauche ein paar Sekunden, bis ich mich erinnere. Hey, Schlafmütze, sagt Marcy da auch schon, kommt mit zwei dampfenden Tassen Kaffee ins Wohnzimmer und setzt sich neben meine ausgestreckte Gestalt auf den Rand der Couch. Ich greife nach der Tasse. Morgen. Autsch! Heiß. Danke. Seit wann schnarrst du wie ein Bär? fragt Marcy und beobachtet mich an ihrer Tasse vorbei, die sie trotz des heißen Kaffees darin mit beiden Händen umfasst hält. Genau wie früher fällt mir auf. Ich puste auf meinen Kaffee. Wie früher, wie ihr vielleicht auffällt. Nicht eher wie ein Wolf, frage ich. Sie überlegt kurz. Nein, wie ein Bär. Ein alter Grizzly. Damit kann ich leben. Wir nippen an unserem Kaffee. Wieso hast du darauf bestanden, auf der Couch zu schlafen? fragt Marcy schließlich. Du weißt doch, ich mag frisch geduschte Männer in meinem Bett. Hab mit der Frage gerechnet. Ich bin nicht lange hier, denke ich. Erwidere ich darauf hoffend, dass das genug erklärt. Marcy blickt mich unverwandt an. Hätte mich nicht gestört, sagt sie leise. Ich erwidere ihren Blick. Wann beginnt dein Dienst? Marcy kneift die Augen zusammen, lässt mir den Themenwechsel jedoch durchgehen. Acht. Arbeitet Rick noch im Club? Marcys Gesichtsausdruck verändert sich. Was mache ich und rechne mit dem Schlimmsten? Er hat deinen alten Job. Oh. Das ist okay, denke ich. Ja? Ja. Kannst du ihm sagen, dass er mich hier anrufen soll? Aber er wird denken, dass wir... Bitte. Wenn ich in den Club komme, erregt das zu viel Aufsehen. Und sag Rick, dass er die Klappe halten soll. Offiziell bin ich nach wie vor... Fort. Abby hat zu viele Freundinnen, die noch immer in den Club gehen könnten und ich will nicht alles auf den Bart setzen. Tod, meinst du? Marcys Stimme ist ausdruckslos, als sie das sagt. Und doch höre ich den Schmerz darin. Nun weiche ich ihrem Blick aus. Sorry. Die nächsten Schlucke nehmen wir wieder schweigend zu uns. Na so schön, ich sag's ihm. Danke. Sie nickt und nestelt an der Wolldecke herum, die auf meinen Beinen liegt, vermeidet es mich anzusehen, wirkt sehr mädchenhaft und ich erinnere mich erneut daran, dass ich diese Seite einmal genauso mochte wie die selbstbewusste Wildkatze. Du bist weg, wenn ich wiederkomme, oder? Marcys Frage beendet den gefühlsduseligen Anflug. Ich bewege den Arm und umfasse ihre Finger, drücke sanft ihre Hand. Vermutlich. Und du hast was Dummes vor, stimmt's? Wie man's nimmt. Tauchst du danach wieder ab? Kommt drauf an, wie's läuft. Marcy nickt und es wundert mich wirklich, dass sie aussieht, als müsse sie ernsthaft mit den Tränen kämpfen. Alte Liebe rostet nicht. Kann sein. Tut mir leid, sage ich deshalb kleinlaut. Marcy stellt die Kaffeetasse auf den Couchtisch und krabbelt zu mir unter die Decke. Ich runzle die Stirn, nehme sie aber in den Arm, als ich erkenne, dass es das ist, was sie möchte. Zum ersten Mal denke ich nicht an Abby. Obgleich ein Teil von mir weiterhin der Überzeugung anhängt, dass das hier der richtige Film mit den falschen Darstellern ist. Schon okay, sagt Marcy kaum hörbar an meiner Brust. Rick und ich treffen uns vor einem Fitnessstudio auf halber Strecke zwischen Marcys Wohnung und dem Club. Einer ordentlichen Männerumarmung folgt ein grunzender Austausch sozialer Floskeln, dann betreten wir auch schon das Fitnessstudio, in dem Rick Mitglied ist und in das er dank seiner Karte auch früh um 4.25 Uhr rein kann. Sind die einzigen, die diesen Service in Anspruch nehmen. Rick hat keine Trainingsklamotten in seinem Seesack, sondern ein M4A1-Gewehr, eine Walther mit aufgeschraubtem Schalldämpfer und einen stattlichen Batzen Munition. Passt, oder? fragt Rick, als ich die Waffen in der Umkleide begutachte. Ja, passt. Kurz blitzt eine Erinnerung vor meinem geistigen Auge auf. Dad Crow und ich bei einem unserer Ausflüge in die Wüste, bei dem es um Wut und ein passendes Ventil ging. An jenem Tag zeigte mir Dad Crow, wie man mit einem Revolver und einem modernen Gewehr umgeht, und schon nach kurzer Zeit ballerten wir grölend auf die leeren Flaschen und Dosen, die er in einem Plastiksack mitgebracht hatte. Ich weiß nur nicht, wann ich's dir zurückzahlen kann, sage ich nun zu Rick und halte den Lauf des M4A1 ins Licht. Der Nader, Bruder, sagt Rick. Wenn du mir damals keine Chance gegeben hättest, würde ich sicher längst wieder im Knast sitzen. Wir sind quitt, was mich angeht. Aber sag, brauchst du Hilfe? Ich blicke ihn nicht an, während ich das M4A1 wieder zerlege. Marcy hat mit dir geredet, hm? Rick kratzt sich verlegen am Hinterkopf. Na ja, als du verschwunden bist und die Cops Fragen gestellt haben. Wir haben uns alle Sorgen gemacht, aber ich glaube, da hat Marcy gemerkt, dass du ihr noch immer ziemlich viel bedeutest. Zu spät, sage ich. Und das klingt wie ein Urteil, das ich über mein gesamtes Leben fälle. Also, keine Hilfe? Keine Hilfe, bestätige ich. Nicht mal beim Rasieren, hm? Ich erwidere Ricks trockenes Grinsen. Nicht mal beim Rasieren. Ich erwarte, dass Dad Crow hinter Ricks Schulter auftaucht und sagt, dass das nicht ich bin, sondern Crazy Wolf. Doch die nach Schweiß und Deo riechende Umkleide bleibt Indianer frei. Niemand, der sagt, dass ich genauso verrückt bin wie der Wolf. Mein bester Freund ist endgültig fort. Crazy Wolf, flüstere ich deshalb und schließe geräuschvoll den Reißverschluss des Seesacks mit meinem neuen Waffenarsenal. Wenn ihr gedacht habt, dass ich meine Nase bloß auf den Asphalt vor dem Club zu drücken brauche und auch nach all der Zeit noch lässig Sierras Spur aufnehmen kann, habt ihr euch leider gewaltig geschnitten. Stattdessen setze ich mich in ein Internet-Café und scrolle stundenlang durch abseitige Foren und Websites, stoße auf ganz schön krankes Zeug und warte eigentlich jeden Moment darauf, dass sich der picklige Student hinter der Kasse hervortraut und mich darauf hinweist, dass die Filter des Ladens Amok laufen, seit ich losgelegt habe. Doch er traut sich nicht. Wäre sicher witzig, wenn er wüsste, was ich so alles in der Tasche neben mir habe. Würde jedoch schnell an Witz verlieren, wenn er die Cops ruft und die mich filzen. Endlich habe ich, was ich brauche, zahle mit ein paar der Scheine, die Rick mir noch zusätzlich geliehen hat und mache mich vom Acker. Kann verstehen, dass der Typ an der Kasse erleichtert wirkt, mich von hinten zu sehen, geht den Leuten, denen ich in den nächsten Stunden einen Besuch abstatte, nicht anders. Den Sexshop-Verkäufern, Tätowierern, Pornotheken-Betreibern und wen ich anhand meiner Recherche sonst noch dazu auserkoren habe, sich von mir ausquetschen zu lassen. Dabei wird auch das eine oder andere Handgelenk zerquetscht, die eine oder andere Rippe geprellt. Obwohl ich heute durchaus bereit wäre, über Leichen zu gehen, kommt niemand ernsthaft zu Schaden, insofern man ein umgestürztes DVD-Regal als Kollateralschaden rechnet. Am Ende weiß ich, wo ich meine Rache kriege. Anders als alle, deren Laden ich heute verlassen habe, verspüre ich aber keine Erleichterung. Was ich verspüre, ist eher eine Art Unruhe. Tatendrang. Ehrlich gesagt, mache ich mir auch ein paar Sorgen. Tja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Und wer weiß, vielleicht hält mich ja genau das am Leben. Mein Weg aus gelben Pflastersteinen endet ein paar Meilen nördlich der glanzlosen Smaragdstadt. Das umzäunte Anwesen ist riesig. Zwei große Waldstücke umgeben viel Rasen und ein luxuriöses Landhaus, das schon ein paar Dekaden auf dem Buckel hat. Ich nähere mich durch Wald und Dunkelheit, springe ohne große Mühe über den Zaun und lande im weichen, feuchten Gras, lege den Seesack ab und hole das M4A1 hervor. Ist schnell einsatzbereit. Die Walter stecke ich in die Innentasche der Lederjacke. So weit, so gut. Ich gebe Dad Crow eine letzte Möglichkeit, mir viel Glück zu wünschen. Doch wie's aussieht, ist er wirklich fort. Also schön, murmle ich. Los geht's. Die anderen Hobos nannten ihn Quick George, nicht, weil ihn seine Frau so genannt hätte, sondern, weil er jede Tür in Windeseile aufbrachte. Fabrikhallen, Verteilerhäuschen, Lockschuppen. Quick brachte mir bei, wie man ein Schloss knackt. Dem Wolf brachte er noch im selben Sommer bei, dass Freunde genauso schmecken wie Feinde. Der Wolf ist es jetzt auch, der mir verrät, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe der Terrassentür an der Rückseite des Hauses aufhält, in das ich einsteigen will. Es kostet mich einiges an Kraft, das Biest im Zaum zu halten, das sofort losstürzen und das Blut derer schmecken möchte, die es gequält und gedemütigt haben. Der Wolf hat es vielleicht verdrängt, als er in Kanada die Freiheit genossen hat. Vergessen hat er es nicht. Ich habe mir jedoch fest vorgenommen, das hier ohne Zähne und Klauen über die Bühne zu bringen. Ohne den Wolf. Mit meinen eigenen Händen. Nicht, weil ich so ein nobler Held bin. Eher deshalb, weil ich weiß, dass ich verloren bin, wenn ich den Wolf noch ein einziges Mal von der Leine lasse. Er würde die Gelegenheit nutzen, das steht außer Frage. Würde endgültig die Kontrolle übernehmen. So weit darf es nicht kommen. Ich betrete eine Küche, die auch dem einen oder anderen Restaurant gut zu Gesicht stehen würde, was Größe und Ausstattung angeht. Lauter blitzendes Metall. Erinnert mich an mein Gefängnis, das hier auch irgendwo sein muss. Als ich die Küche halb durchquert habe, geht am anderen Ende eine Tür auf und ein Typ kommt herein. Keine Maske, aber eine Kutte. In einer flüssigen Bewegung ziehe ich die Walter mit dem Schalldämpfer aus der Jacke, strecke den Arm aus und verpasse dem Kerl eine Kugel zwischen die Augen, ehe seiner Kehle ein einziger überraschter Laut entweichen kann. Er sagt lautlos zusammen. Ich betrachte die Leiche und die Blutlache unter dem Kopf, die sich rasch über die Fliesen ausbreitet. Was ich empfinde? Unwichtig. Darum geht es schon lange nicht mehr. Ging es womöglich noch nie. In diesem Haus halten sich heute lauter Monster auf. Wenn wir einander an die Gurgel gehen, hat die Welt nichts zu verlieren. Auch bei dem jungen Pärchen, das mir auf dem Korridor entgegenkommt, fällt es mir leicht, den Abzug zu drücken. Sie tragen ebenfalls diese bescheuerten Roben. Der Schalldämpfer spuckt zweimal ein leises Ploppgeräusch aus und der Mann und die Frau gehen zu Boden. Ich lasse ihre Leichen an Ort und Stelle liegen, öffne ein paar Türen und lege noch einen grauhaarigen Mann in einem Zimmer mit einem großen Flachbildfernseher um, bevor ich letztlich die Kellertreppe finde und nach unten gehe. Auf dem Weg nach unten begegnet mir eine korpulente Frau mittleren Alters mit Robe und Brille. Sie kommt nie oben an. Am Ende der Kellertreppe stecke ich die Walter zurück in die Jackentasche und entriegle das M4A1. Vor der großen Tür, hinter der ich gut zwei Dutzend Menschen wittern und hören kann, bleibe ich stehen, lausche in mich hinein. Keine Panik. Ich schwanke nicht. Ich hadere nicht. Frage mich nicht, ob ich das wirklich will. Denke nicht an Marcy, nicht mal an Marlow. Erst recht nicht an Abby. Oder daran, dass Dead Crow womöglich recht hatte. Ich weiß genau, was ich möchte, völlig unabhängig davon, ob mich das endgültig zum Monster macht oder nicht. Weiß, was getan werden muss. Ich gehe nur sicher, dass ich den Wolf im Griff habe. Dass er mich tun lässt, weshalb ich hierher gekommen bin und sich nicht einmischt. Keinen Nebenkriegsschauplatz eröffnet, der mich ablenkt und somit zur Zielscheibe macht. Ich atme noch einmal tief durch und plötzlich zögere ich doch. Der Geruch nach Wolf, den ich zunächst nicht beachtet habe, da meine Sinne sich sofort auf Sierras vertrauten, verhassten Duft gestürzt haben, lässt nur einen Schluss zu. Diese Perversen haben gerade eine andere arme Sau da drin. Jetzt höre ich auch die Peitschnebe. Das Knurren einer anderen Bestie, die sie gefangen haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur ich bin, der da grollt, als ich die Tür zum Gewölbekeller auftrete. Aber das ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Die Tür fliegt krachend gegen die Wand. Masken blicken in meine Richtung. Sierras Stimme und das Surren der Peitsche verstummen. Nur der angekettete Wolf knurrt und wütet weiter. Ich stehe im Türrahmen und hebe das Gewehr. Die Spinner mit ihren Kutten und Masken können gar nicht so schnell kreischen und auf dem Weg zur anderen Seite des Kellers übereinander stolpern, wie ich sie niedermähe. Niemand erreicht die gegenüberliegende Tür. Kein Mann, keine Frau. Niemand. Das Gewehr in meiner Hand fühlt sich heiß an. Der Geruch von erhitztem Metall liegt schwer in der Luft und vermischt sich mit dem Gestank von Blut und Scheiße. Ich trete um die Säulen herum. Der Wolf, der an den Ketten von der Decke hängt, schnappt sinnlos nach mir, eine geifernde Monstrosität, rasend vor Wut und Abscheu, bereit, jeden und alles zu zerfleischen. Ich mustere ihn ungerührt. Sehen die Menschen das, wenn sie mich anblicken, nachdem ich mich verwandelt habe? Ich schaue der Bestie ein paar Sekunden dabei zu, wie sie sich verzweifelter denn je gegen die Ketten stemmt. Es ist kein Blick in den Spiegel. Es ist etwas weit Unangenehmeres. Die kubistische Sicht auf das, was in mir lauert. Der ultimative Blick in den Abgrund. Lange kann ich mir das nicht antun. Ich hebe das Gewehr. Glaub mir, ich tu dir einen Gefallen, sage ich tonlos. Dann drücke ich den Abzug. Der Wolf sackt in sich zusammen, soweit die Ketten, die ihn halten, das eben zulassen. Das Blut strömt nur so aus dem Loch in seiner zotteligen, graubraunen Brust. Da höre ich ein Geräusch hinter mir und fahre mit dem Gewehr im Anschlag herum. Zu spät. Sierra steht in der Finsternis, eine Schrotflinte in den Händen und verpasst mir eine Ladung. Ich segle durch die Luft und lande hart auf dem Steinboden. Meine rechte Schulter brennt wie Feuer. Das Gewehr liegt nutzlos ein paar Meter vor mir. Nicht gut. Ich stöhne vor Schmerzen und lasse Sierra nicht aus den Augen, die selbstbewusst auf mich zukommt. Gibt nicht viele Möglichkeiten, wie sie das gemacht hat. Vermutlich ist sie hinter einer der Säulen gesprungen, als ich zu feuern begonnen habe und hat sich seitlich in die Düsternis davongemacht, während ich mich um ihre durchgeknallten Kultkumpane gekümmert habe. Die Flinte? Ach, kommt schon. Irgendwo hier unten werden sie sicherlich ein paar Knarren aufbewahren, falls mal mit einem Wolf nicht gut Kirschen essen ist oder die Ketten mal den Geist aufgeben. Die sind total bekloppt, aber nicht komplett verblödet. Jackson, sagt Sierra am Doppellauf ihrer Flinte vorbei, den sie mir ans Kinn setzt. Sarah, erwidere ich leise. Hast du mich vermisst, Süßer? Kannst du dir ja denken. Sie lacht, kurz und rau. So hat sie auch gelacht, als wir gefögelt haben. Keine Ahnung, wieso mir das ausgerechnet jetzt einfällt. Dann fragt sie, was machen wir jetzt, du böser, böser Wolf? Schlag was vor. Ist dein Keller. Ein echter Gentleman. Nicht dein Verdienst. Das stimmt wohl. Wie schnell schließt sich deine Wunde? Sie stochert ein wenig darin herum. Sobald ich wieder klar denken kann, antworte ich, gar nicht, fürchte ich. Das ist jetzt irgendwie enttäuschend. Tut mir leid. Ach, schon in Ordnung. Du warst eh auf ganzer Linie eine Enttäuschung. Das hört man gern. Ich hab dich trotzdem gemocht, sagt Sierra mit veränderter Stimme und lässt die Flinte ein Stück weiter wandern, bis sie genau auf meine Nasenwurzel zielt. Ich schließe die Augen. Das ist der Moment, in dem der Wolf zwischen den Steinsäulen mit seinem finalen Atemzug den Kopf hebt und Hass erfüllt ein letztes Mal nach Sierra schnappt. So ne scharfen Zähne erreichen sie natuerlich nicht, doch die Ablenkung genuigt, damit ich reagieren kann. Währenddessen Sierra dem Kettenwolf ein für alle Mal den Schädel wegpustet, lasse ich die Bestie von der Leine. Ich weiß, ich weiß. Wollte ich nicht. Auch bin ich mir darüber im Klaren, was das bedeutet. Aber so kriege ich wenigstens meine Rache. Alles, was mir geblieben ist. Anders wäre nur der Tod drin. Und das reicht einfach nicht. Ich spüre, wie eine Welle aus Zorn gegen jeden und alles meinen Geist hinfortspült und in die Finsternis reißt. Ich sehe die Panik auf Sierras schönem Gesicht. Das Letzte, was ich spüre, ist die eiskalte Finsternis, die mich verschlingt. Und aus der es kein Entkommen mehr gibt. Mit seinem Schwung und seinem Gewicht reißt er sie von den Beinen, begräbt sie förmlich unter seinem massigen Körper. Sie schreit und kreischt noch bevor er ein erstes Mal seine Zähne in ihr zartes Fleisch gräbt. Wie von Sinnen schlägt sie auf seine verwundete Schulter ein, doch die Hiebe werden schnell schwächer, während ihr Leben warm und pulsierend in sein Maul spritzt. Schließlich beißt er ihr in die Kehle, und sie erschlafft gänzlich. Nun ist sie so still wie der Rest des großen dunklen Raumes, in dem es nach Tod und Blut riecht und der unter seinem triumphalen Heulen erzittert und den heute kein Mensch mehr verlässt. Aufmerksam beobachtet er den Mann und die Frau, die Arm in Arm über den Kiesweg schlendern, nicht ahnend, wer sie da in der Abenddämmerung aus dem Gebüsch heraus belauert. Dabei weiß er selbst nicht, wieso er ausgerechnet diese beiden in der Nähe des Sees ausgewählt hat, wieso ihn ausgerechnet diese beiden so brennend interessieren. Es ist beinahe wie ein Zwang, dem er Folge leisten muß, unabhängig davon, ob er ihn begreift oder nicht. Noch seltsamer ist indes der irritierend vertraute Geruch, der ihm plötzlich in die Nase steigt und alles andere an Sinneswahrnehmungen auslöscht, da er bis in die Schwerze vordringt. Ehe er weiß, was genau vor sich geht, schießt ein Hund den Weg entlang, überholt das Paar und hält direkt auf das Gebüsch zu, in dem er sich versteckt. Auf einmal stehen er und der Hund einander Schnauze an Schnauze gegenüber. Es ist ein sehr seltsamer Moment. Sie stehen nur da, wittern und schauen. Keiner von ihnen weiß, was er tun soll und ist mindestens so verwirrt wie der andere. Schließlich zieht er die Lefzen zurück und knurrt, defensiv. Denn plötzlich, ohne Vorwarnung, sind die stechenden Schmerzen wieder da, die so lange fortgeblieben sind. Nicht, weil der Hund ihn beißt, sondern weil allein seine Gegenwart, allein sein Geruch und sein Anblick tief in ihm etwas ausgelöst haben. Die Schmerzen, von denen er gehofft hatte, sie nie wieder durchleiden zu müssen. Es fühlt sich anders an als Hunger oder Kälte und auch anders als die Schmerzen die seine lädierte Schulter manchmal noch immer heimsuchen, besonders wenn es nasskalt ist und er längere Strecken auf allen Vieren zurücklegt. Nein, diese Schmerzen sind wie ein Stechen in seinen Gedanken, das ihn auch dann noch verfolgt, als er sich hastig abwendet und mit langen Sätzen quer durch den Park davonrennt, während hinter ihm die Frau energisch nach dem Hund ruft, der hin und her gerissen ist und nicht weiß, ob er ihm folgen soll oder nicht. Auch als er in dieser Nacht, nachdem er eine streunende Katze verzehrt und sein Revier markiert hat, an einem seiner Lieblingsplätze bei den ausrangierten Zügen liegt und sich von der Schmerzattacke erholt, spürt er, dass dieser peinigende Gedanke aus der kalten Dunkelheit, der ihm so fremd erscheint und dennoch so eine fatale Wirkung auf ihn hat, noch nicht allzu weit fort ist und immer wieder als schmerzhafte Sinnlosigkeit aus der Finsternis emporsteigt. Marlow!